Terror der IS-Miliz verbreitet weltweit Angst und Schrecken. Auch hunderte Deutsche sind mit dabei, kämpfen im Namen Allahs an vorderster Front in Syrien und im Irak. Ja, und hier schaffen die Horrornachrichten Verunsicherungen gegenüber Muslimen in Deutschland. Laut Umfrage ist bereits jeder zweite Deutsche so eingestellt, dass er sagt, der Islam, den empfindet er als Bedrohung. Ja, ist die Angst berechtigt? Ist der Islam gefährlich? Heute Abend unser Thema bei Login. Terror im Namen Allahs? Über 50.000 Fanatiker töten und sterben für ein Ziel. Ein islamischer Staat. Hunderttausende sind auf der Flucht. Kann es sein, dass da ein gewisser Zusammenhang besteht zwischen Gewalt und Religion? Extremisten kämpfen auch in Deutschland für ihren Glauben. Wir wollen, dass die Islam und Religion Nummer eins in Deutschland verbreiten. Einige Muslime im Land wehren sich. Wir wollen alle Hand in Hand gegen die Salafisten kämpfen. Für sie steht der Islam für Nächstenliebe und Toleranz. Doch die IS-Terroristen sind erbarmungslos. IS steht für keine Religion. Keine Religion sagt, massakriere unschuldige Menschen. Was meinen Sie? Diskutieren Sie jetzt mit. Live im Blog auf login.zdf.de, auf Facebook oder Twitter mit Hashtag ZDF-Login. Friedensprediger oder Glaubenskrieger? Ist der Islam gefährlich? Und damit einen wunderschönen guten Abend live aus Berlin. Guten Abend. Der Erste in unserer Runde heute Abend hat eine 180-Grad-Wende hinter sich. Er war früher selbst einmal Anhänger der radikalen Muslimbruderschaft in seiner Heimat Ägypten. Mittlerweile ist er hier in Deutschland aber einer der größten Islamkritiker. Ja, und auch unser nächster Gast wehrt sich und verurteilt den islamistischen Terror, wehrt sich aber gegen den pauschalen Vorwurf, der Islam sei gewaltverherrlichend. Ganz im Gegenteil ist es eine friedliche Religion. Allerdings sei die Stimmung bei uns islamfeindlicher geworden, sagt die Journalistin und Publizistin Chola Mariam Hübsch. Herzlich willkommen. Und auch herzlich willkommen dem Politologen und Autoren Hamid Abdel-Samad. Herr Abdel-Samad, wunderschönen guten Abend. Erklären Sie uns, was hat der IS-Terror mit dem Islam zu tun? Das hat schon mit dem Islam etwas zu tun. Erstmal der Name, das heißt der islamische Staat. Diese Bewegung beruft sich auf den Islam. Zitiert die Biografie des Propheten, die Art und Weise, wie der Prophet mit den Ungläubigen umgegangen war. Und sieht das alles Vorbild. Zitiert mehrere Passagen aus dem Koran, die Gewalt gegen Ungläubige rechtfertigen. Die Enthauptung von Ungläubigen wird auch zweimal im Koran erwähnt. Es ist die Ideologie, der Traum, die IS-Leute versuchen, eine Gemeinde aufzubauen, nach dem Vorbild der ersten Gemeinde des Propheten. Und kopiert eigentlich haargenau das, was im 7. Jahrhundert passiert ist. Eroberungskriege, Verteufelung von Andersgläubigen oder Ungläubigen und Enthauptung von Ungläubigen mit dem Ziel der Weltherrschaft. Würden Sie also sagen, der IS-Terror steht für die Gefahr, die vom Islam ausgeht? Er steht von dieser Gefahr, von dieser Auslegung des Islam. Der Islam hat mehrere Facetten. Wenn der Islam privat gelebt wird, ist er nicht gefährlich. Wenn der Islam sich in der Politik und in der Gesetzgebung einmischt, in der sozialen Ordnung, dann wird er gefährlich. Denn der Islam ist nicht zeitgemäß und hat mit dem 21. Jahrhundert, wie ich finde, nichts zu tun. Aber gibt es einen Islam ohne Islamismus? Wir haben fast 57 islamische Staaten weltweit. Wir haben auch hunderte von anderen islamischen Gemeinschaften, die in Europa und Nordamerika und Australien leben. Und nirgendwo ist das Islamismus frei. Das heißt, der Islamismus ist ein Bestandteil des Islams und gibt es in jedem islamischen Land und ist eine starke Gruppe. Vielleicht ist es die Minderheit in der Gesellschaft, aber die lautstarkste Minderheit, die aktivste Minderheit in der Gesellschaft. Und somit ist die Mehrheit für mich irrelevant, weil sie zu wenig dagegen tut. So, ich kann schon mal kurz Rückmeldung geben hier aus dem Netz von unseren Zuschauern. Da gehen die meisten nicht ganz mit. Die meisten sagen, Moment mal, ganz vorsichtig sein. Der Islam, der hat nichts mit dem IS zu tun. Und der Islam ist als Religion auch keine Grundlage, dass einzelne Menschen zu Terroristen werden. Aber es gibt ja auch ein paar Leute, die geben Herrn Abdel-Samad auch Recht. Stefan Glum zum Beispiel. Doch, der Keim, der liegt in der Religion. Und deshalb ist auch die Antwort ganz klar. Ja, der Islam in seinen meisten Ausprägungen ist gefährlich, weil er anderen seine Werte aufdrängt. Herr Abdel-Samad hat gesagt, sogar im schlimmsten Fall gibt es Enthauptungen Andersgläubiger. Solche Leute wie diese User und Herrn Abdel-Samad haben Sie, Frau Hübsch, in einem Blog-Eintrag Klimavergifter genannt. Erklären Sie uns, was ist jetzt falsch dran, wenn jemand sagt, der Islam drängt uns seine Werte auf? Also ich denke, es ist nichts falsch dran, den Islam kritisieren zu wollen und eine konstruktive Diskussion auch zu führen. Das ist absolut legitim. Und Meinungsfreiheit, glaube ich, ist auch im Koran durchaus ein hohes Gut. Aber ich sehe ein Problem darin, wie jetzt gerade Abdel-Samad die frühislamische Geschichte zum Beispiel geschildert hat, das ist exakt die Lesart und die Version der Radikalen. Und er präsentiert diese Version der Radikalen als den Islam schlechthin. Das heißt, er trennt gar nicht mehr zwischen einer politischen Ideologie, die die Religion instrumentalisiert, die sie missbraucht, wie der islamische Staat es tut, sondern er vermischt das mit der ursprünglichen Lehre des Islams. Natürlich, die IS rekurriert auf islamische Symbole, die benutzt sie als Label. Für mich ist es der totale Etikettenschwindel. Weil ich eben von Anfang an, so wie ich auch die islamischen Quellen kennengelernt habe, gelernt habe, dass es da keinen Widerspruch geben darf. Und wenn jede Sure mit im Namen Allahs des Gnädigen des Barmherzigen anfängt, dann kann das nicht sein, dass an anderer Stelle zu Gewalt aufgerufen wird. Ich sehe, dass der Koran da ganz klar sagt, das gilt nur für den Verteidigungsfall, wenn man angegriffen wird. Und diesen Zusammenhang stellen halt die Radikalen nicht her. Die selektieren ganz vereinzelte Verse. Und das ist eben dann gefährlich, wenn wir das als Islam schlechthin darstellen. Wir müssen da schon die ganz klare Trennung haben. Also gehören solche Enthauptungen, von denen Herr Abdel Sammer spricht, gehören nicht zum Islam? Enthauptungen gehören nicht zum Islam. Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Demokratie, das ist alles im Koran festgelegt. Das können Sie alles daraus ableiten. Aber es gibt natürlich Radikale, die das daraus ziehen. Aber es gibt eben Radikale überall, in allen Religionen, in allen Schichten. Das ist ein Problem von einer Ideologie, im Namen derer dann Kriege geführt werden. Aber die Kriege haben oft ganz andere Ursachen. Das sind machtpolitische Interessen, es sind ökonomische Interessen. Wenn Sie daran denken, USA ist einmarschiert 2003, völkerrechtswidrig in den Irak. Ohne diesen Einmarsch hätte es vielleicht gar keine Möglichkeit gegeben, dass er erst entstanden wäre. Und das ist dann im Namen von Demokratie und Präventionskrieg passiert. Das heißt, wir brauchen die Religion nicht, um Kriege zu führen. Die Menschen führen sie einfach und benutzen verschiedene Labels. Mal ist es der Nationalsozialismus, mal ist es die Religion. Und dennoch berufen sich die Radikalen immer auf den Koran und auf die Heilige Schrift. Sie verbreiten Gräueltaten und diese Gräueltaten sorgen dafür, dass man hier Angst hat. Und diese Angst, die wird vermengt und die schreibt man dem Islam zu. Das muss sie wütend machen. Ja, das macht mich wütend. Aber mich machen vor allem auch diejenigen, sogenannten, also diejenigen Muslime, die im Namen des Islams agieren, die machen mich noch viel stärker wütend. Also die Radikalen, die die Religion missbrauchen, das ist mein erstes Anliegen. Und ich sage auch, innerislamisch müssen wir viel stärker aktiv werden. Wir müssen Aufklärungsarbeit leisten. Wir müssen auch hier in Deutschland sagen, es gibt verschiedene Lesarten. Und was ist die plausible, was ist die vernünftige Version? Und da muss, glaube ich, auch ganz viel passieren innerhalb der muslimischen Community. Nun sagen wir es das Jahr 2014, Frau Hübsch. Wieso klappt das eigentlich nicht? Wieso ist diese Interpretation der Schrift durch radikale Islamisten so lange schon so erfolgreich? Seit Jahrhunderten Bomben und Morden von Islamisten im Namen Allah. Ist ja gar nicht so. Also ich glaube, wir müssen uns, wir dürfen jetzt diesen kurzen Zeitraum, der politische Islam, den es seit ungefähr 100 Jahren gibt, den dürfen wir doch nicht zurückproduzieren auf die gesamte islamische Geschichte. Wir hatten eine ganz lange Zeit des Friedens, der wirtschaftlichen Blütezeit. Viele technologische Entwicklungen basieren auf die Leistungen der frühen Muslime. Das vergessen wir alles. Dann lassen Sie uns die letzten 100 Jahre nehmen, wie Sie sagen. Ja, die letzten 100 Jahre sind ein Problem in der Auseinandersetzung mit politischen Ideologien des Westens, der Kolonialismus, Imperialismus, aber auch Nationalsozialismus, Kommunismus. Das war alles eine Reaktion auch auf diese Entwicklung, dass sich ein politischer Islam entwickelt hat. Natürlich auch Minderwertigkeitskomplexe, weil die islamische Welt nicht mithalten konnte. Und ich will das aber nicht als Entschuldigung sehen. Die Muslime sind schon auch in der Prägenschuld zu sagen, wir dürfen uns trotzdem nicht radikalisieren lassen. Wir müssen innerislamische Aufklärungsarbeit leisten. Frau Hübsch, ganz kurz, lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen. Herr Abelsamer, was hat Ihnen nicht gefallen an den Sätzen, die Frau Hübsch gerade formuliert hat? Alles. Und wenn es Sie wirklich wütend macht, wenn Menschen den Islam so sehen, dann macht mich auch wütend, macht viele Menschen in diesem Land wütend. Ich glaube gar nicht, dass es eine Minderheit im Netz ist, die diese Position so sieht, sondern das ist über die Hälfte der Menschen in der Gesellschaft. Und Sie haben die Nase gestrichen voll von dieser Verniedlichung des Islam in jeder Gelegenheit, Verharmlosung und unter den Teppich kehren. Es ist, der Islamismus ist kein Phänomen der letzten 100 Jahre. Der Islamismus ist genauso alt wie die islamische Geschichte selbst. Die ISIS-Leute machen nichts anders, alles, was Mohammed und seine Gefährten im ersten... Absolut, weil... Lassen Sie mich bitte ausreden, Sie haben fast eine Viertelstunde im Alleingang gesprochen. Jetzt rede ich bitte. Ja? Ich kenne Ihre Taktik. Sie machen das in jeder Sendung, immer unterbrechen. Okay, bleiben wir bei den Argumenten. Bei den Argumenten. Hat Mohammed seine Gegner enthauptet oder nicht? Steht das nicht in der Biografie des Propheten, in Sahel Bukhari oder nicht? Ja oder nein? Sagen Sie... Ja, ich antworte Ihnen. Bukhari und eben Mischak. Sie sind für mich nicht der Koran. Wenn diese Überlieferung dem Koran widersprechen, haben Sie für mich keine Würdigkeit. Also im Koran steht... Nicht authentisch. Also im Koran... Die stehen im Widerspruch zum Geist des Korans, deswegen nehme ich sie ab. Im Koran steht nicht im Surah 47 und wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann enthautet sie. Und wenn sie euch die Hand zum Frieden ausschrecken, dann musst du den Frieden... Wir sind leider alle keine Religionsgegärten. Das ist genau... Das ist genau... Das ist... Nein, 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 nein. Lass mal die Zuschauer mit reinbringen. Ich glaube, die Dame hat genug geredet und ich darf jetzt meine Argumente zu Ende führen. Die gesamte islamische Eroberungsgeschichte. Wie kam der Islam überhaupt nach Irak und nach Syrien und nach Ägypten? Das waren genau solche Banden wie ISIS, die diese Länder überfallen haben. Und die Kreuzritter? Wer hat zuerst diese Kopfsteuer, diese Sondersteuer für Christen erhoben? Wir gucken da gerade ganz viel auf die Vergangenheit. Ich habe die Verspreche gesehen. Wir haben mich unterbrochen. Warum unterbrechen Sie mich, wenn Sie Frau Hübsch überhaupt nicht unterbrochen haben? Sie hat genug geredet. Nein, entweder rede ich zu Ende oder ich verlasse diese Diskussion. Weil das wird seit Jahren hier geführt, dass Diskussionen unter den Teppich gekehrt. Nein, das hat wohl damit zu tun, hat mit der islamischen Eroberungsgeschichte zu tun. Damals wurden auch Christen in Syrien und Irak der Wahl gestellt. Entweder konvertieren sie zum Islam oder bezahlen sie Kopfsteuer oder werden sie getötet. Und die ISIS-Leute haben das auch fortgeführt. Das ist aber die islamische Geschichte. Das steht im Koran. Es gibt 25 Verse im Koran, die direkt Tötungsbefehle von Gott auf Ungläubige stehen. Die Hauptdruck von Ungläubigen werden zweimal im Koran genannt. Und sie kommen hier und sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Kein Wunder, dass viele Menschen in diesem Land verunsichert sind. Nicht nur, weil die Terroristen solche Gräuptate begangen, weil so vermeintlich liberale Muslime das unter den Teppich kehren und somit auch den Fundamentalisten den Rücken stärken. Das darf nicht passieren. Darf ich Ihnen eine Frage stellen von einem Gast bei uns in unserem Chat? Der sagt, die IS-Anhänger, die beziehen sich oft auf die Scharia und verwenden Auszüge aus dem Koran. Aber das Problem ist, dass sie die Auszüge falsch interpretieren und viele Aussagen im Koran kann man nicht auf die heutige Zeit übertragen. Also kritisieren Sie da vielleicht eine veraltete Version? Nein, also ich bin mit der zweiten Hälfte einverstanden. Man kann diese Texte nicht auf den heutigen Tag übertragen, aber das tun nicht nur fundamentalistische Muslime, sondern die meisten Muslime übertragen den Koran als das direkte Wort Gottes. Und wenn man davon ausgeht, das ist das Wort Gottes, dann ist es zeitlos, dann ist es für alle Zeiten gültig. Und hier liegt das Hauptproblem, dass man diesen Text nicht relativieren kann. Menschen, die sich liberal nennen, wie Frau Hübsch und andere und Islamverbände, wehren sich gegen die Relativierung des Textes des Korans. Und ich sage, das Problem ist nicht nur das, was im Koran steht, sondern das Problem ist die Geisteshaltung der Muslime. Und ich sage, alle Muslime gegenüber dem Koran, dass sie diese Göttlichkeit nicht relativieren. Aber wenn ich annehmen würde, die ISIS-Leute haben den Islam falsch interpretiert. Haben das auch die Boko Haram-Leute, die Shabab-Milizen in Somalien, die Jamaah-Islami in Indonesien, die Muslimbrüder und die Salafisten überall in der islamischen Welt, die Hamas, die Hezbollah, alle haben den Islam falsch verstanden und falsch interpretiert und nur ein paar grüne Politiker oder die Islamverbände meinen, das richtig verstanden zu haben. Warum sehen wir das nicht in der Realität? Überall, wo der politische Islam umgesetzt wird, gab es Katastrophen. Warum sehen wir das nicht? Lassen Sie uns einen Schritt weiter gehen. Und zwar haben sich hier auch einige Zuschauer wiederum gemeldet, die sagen, wenn es so ist, wie Frau Hübsch sagt, wenn der Islam eine friedliche Religion ist, dann erwarten sie aber auch, dass es jetzt passiert, dass Leute, dass Muslime auch auf die Straße gehen und sich distanzieren, ganz klar vom IS und den Grolltaten, die da passieren. Johann Wilhelm zum Beispiel, die ISIS und andere Terrorgruppen vertreten nicht den Islam. Im Gegenteil, sie ziehen diese Religion in den Schmutz. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass sich die friedlichen und vernünftigen Muslime erheben, sagt auch Rüka. Mich stört es schon, dass ich sehr wenig Distanzierung der Moslems lese. Ist man vielleicht doch mit den Verbrechern einer Meinung? Frau Hübsch, warum ist das so, dass viele Muslime gerade gegen das Tötende in Gaza auch auf die Straßen gegangen sind hier in Deutschland? Ich finde, das ist eine gute Frage. Also zum einen ist es so, es haben sich alle Verbände, alle großen Organisationen haben sich ganz klar von der IS distanziert. Sogar die Al-Azhar-Universität in Kairo, OIC, alle muslimischen Verbände in Deutschland haben sich klar distanziert. Die Frage, warum gehen sie nicht auf die Straßen? Natürlich, sie könnten schon auch auf die Straßen gehen, aber ich glaube, der Grund ist, dass man sich damit gar nicht identifiziert mit diesen Grolltaten. Also so ähnlich wie die Katholiken während des Nordirland-Konflikts nicht auf die Straßen gegangen sind, weil sie mit diesen, weil das auch gar kein religiöser Konflikt war. Es sind ja oft politische Konflikte, die aber unter einer religiösen Flagge laufen. Und man identifiziert sich überhaupt nicht mit dieser Religion. Das ist nicht meine Religion. Ich habe damit nichts zu tun. Aber trotzdem denke ich, man kann schon sagen, wir müssen etwas tun. Wir dürfen jetzt nicht uns in den Sessel hinsetzen und ausruhen. Sie haben gerade gesagt, falsches Label. Aber wieso steht dann die Gemeinde nicht auf und sagt, die benutzen unsere Religion, um etwas anderes durchzusetzen? Ja, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ich meine, dass das richtig schwierig ist eben, wir haben unterschiedliche Interpretationen des Korans. Und was wir aber immer nur hören, ist ja Boko Haram, die ganzen islamistischen Spielarten. Und es wird viel zu wenig, und das ist jetzt auch nicht der Raum, in so einer Sendung darauf einzugehen, aber es wird viel zu wenig gesagt. Der Koran selbst sagt, ich bin ein widerspruchsfreies Buch. Und du kannst nicht einen Vers nehmen und der steht in so einem krassen Widerspruch zum anderen Vers und sagen, Wissen Sie, das Problem ist, dass die meisten Leute den Koran nicht gelesen haben. Ja, das glaube ich aber auch. Ja, nein, aber die Sache ist ganz eindeutig. Die meisten Leute haben den Koran nicht gelesen und können nur auf das reagieren, was passiert. Und was passiert ist, ist, dass viele Radikale diese Religion instrumentalisieren. Also muss doch ihre Gemeinde oder die Mehrheit der Muslimen muss doch aufstehen und sagen, wir sind aber friedlich und das passiert aber nicht in der Masse, in der es wirksam ist. Also man kann natürlich sagen, wir gehen jetzt alle zusammen, wir machen eine große Aktion, aber ich denke, dann sollte das auch eine Aktion sein. Man sollte gar nicht diese Trennlinien aufmachen, Muslime und Nicht-Muslime, sondern man sollte sagen, alle, die vernünftig sind, die aufgeklärt sind, die für Menschliches stehen, die sollten zusammen sich solidarisieren und auf die Straßen gehen meinetwegen auch oder was auch immer an Aktionen vollbringen. Und auf der anderen Seite sind es eben die Ideologen und diese Ideologen, das können Rechtsradikale sein, Linksradikale, es können irgendwelche Fanatiker sein, es können auch atheistische Fundamentalisten sein, die eben eine Religionskritik ausüben, die auch schon ideologisch motiviert ist, weil sie eben sagen, es gibt nur irgendwie eine fanatische Version des Islams. Das ist eben nicht so. Und die frühe islamische Geschichte war anders. Ich kann es hier nicht ausführen, aber das ist nicht, was ich aus dem Koran lese. Weil ich denke, man muss ja eine Vernunft einschalten. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Frage, wie ist denn Ihr Eindruck, Herr Abdel-Samad, wieso tun vermeintlich die muslimischen Gemeinden zu wenig, um sich dagegen zu wehren, gegen die Extremisten? Ich erinnere mich, dass vor neun Jahren, als Kurt Westergaard dieser dänische Karikaturist den Propheten gezeichnet hat und eine virtuelle Bombe in seinem Turban gezeichnet hat, die gesamte islamische Welt brannte. Und es gab gewalttätige Demonstrationen. Mehr als 150 Menschen sind gestorben. Auch in Europa gab es gewaltsame Proteste. Warum? Weil die Muslime gesagt haben, der hat unser Prophet als gewalttätig gezeichnet. Und das lehnen wir ab. So ungefähr tötet diejenigen, die behaupten, Islam sei gewaltsam. Und das ist eigentlich absurd. Heute, und Sie haben jetzt gesagt, die ISIS-Leute laufen unter der falschen Flagge. Dann frage ich mich, auf dieser Flagge steht der Name Mohammed. Richtig? Unter dieser Flagge werden echte Bomben geworfen. Werden echte Menschen enthauptet. Werden echte Christen und Jesiden aus ihren Dörfern vertrieben. Fühlen Sie sich nicht beleidigt in Ihren religiösen Gefühlen, dass Ihr Prophet, sein Name, auf dieser Flagge steht? Fühlen sich diese 1,5 Milliarden Muslime nicht beleidigt? Warum beleidigt Sie Kurt Westergaard, aber nicht derjenige, der in Wirklichkeit tötet im Namen des Propheten? Warum ist es keine Unverunglimpfung? Weil viele Muslime auch eben wissen, dass der Prophet selbst eine ähnliche Flagge getragen hat und ähnliche Taten getan hat. Er hat die Juden aus ihren Wohnstädten vertrieben. Er hat die arabische Halbinseln Juden und Christen reingemacht. Und er hat den Islam mit dem Schwert durchgesetzt. Das wissen auch leider normale Muslime. Und wenn die Islamverbände in Deutschland für Gaza-Krieg, was ja in Ordnung ist, so dermaßen mobilisiert haben, die Moscheeverbände, diese großen Zahlen auf der Straße gegen das Töten in Gaza. Das kann man verstehen. Aber haben diese Muslime keine Sympathie mit den anderen Muslimen, die auch von diesen ISIS-Leuten getötet wurden? Warum geht man nicht auf der Straße? Wissen Sie warum? Weil für Muslime sehr oft nicht das Opfer entscheidend ist, sondern der Täter. Es kommt darauf an, wer das töten und wer das tut. Sind das die Amerikaner oder die Israelis, die historischen Feinde, dann ist man empört. Sind das Muslime, dann bleibt das in der Familie und man reagiert nicht. Und wissen Sie, was das heißt, Frau Hübsch? Das heißt Heuchelei. Wir wollen ganz kurz, Frau Hübsch, die Gelegenheit geben. Nochmal, Sie haben lange ausgeholt, auch die Gelegenheit geben, darauf zu antworten. Ja, ich meine, das ist jetzt gerade so die islamistische Version gewesen. Ja, so denken wahrscheinlich auch bestimmte islamistische Figuren. Ich denke nicht so, ich denke, es war schon absolut falsch, dass da, es war ein Mob, der damals auf die Straßen gegangen ist, als es um den Karikaturenstreit ging. Und ich fand dieses Verhalten, dieses Mobs, dass da Flaggen angebrannt worden sind, dass man sich da beleidigt, pikiert hat und so, das fand ich unislamisch. Das war eben nicht das Verhalten des Propheten. Als der Prophet beleidigt wurde, was hat er gemacht? Er wurde täglich von einer Frau bespuckt und hat eines Tages, als sie ihn nicht bespuckt hat, ist er hingegangen und hat sich nach ihrem Wohlergehen erkundigt und sie war krank. Und dann hat er sich um sie gekümmert. Das ist, was ich kenne vom Islam. Das stimmt überhaupt nicht. Moment mal, das ist aber eine sehr wichtige Überlegung. Ich bin Islamwissenschaftler, ich habe die Geschichte. jetzt lassen Sie mich mal ausreden. Wenn die Muslime damals auf die Straße gegangen sind gegen den Karikaturenstreit, sie sind aufgewiegelt worden durch bestimmte islamistische Gelehrte, durch bestimmte Figuren, die für mich ganz, ganz fragwürdig sind, die ein politisches Interesse hatten auch. Man weiß, was die politischen Hintergründe hinter so einer Aufstachtung des Mobs sind. Das sind aber für mich nicht die Repräsentanten des Islams. Ich fand diese Demonstration damals falsch. Und ich finde es jetzt richtig, zu sagen, wir können gegen die IS demonstrieren, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber zu Schlussfolgern, 1,5 Milliarden Menschen auf der Welt haben kein Problem mit der IS, weil sie nicht auf die Straße gehen. Das ist eine Beleidigung an die Menschheit. In der Hitze des Gefechtes muss ich sie leider unterbrechen, weil wir natürlich noch diverse andere Themen sprechen wollen. Ich wollte noch wissen, wer sind die Repräsentanten des Islams? Wer sind die? Herr Abdel-Samad, gleich können wir noch weiter darüber reden. Wir wollen jetzt mal schauen, was die Radikalität auch noch anstellt. Der IS-Terror, der ist natürlich weit weg, aber einige Deutsche sind dabei. Das hatten wir eingangs erwähnt. Aber wie kommen diese jungen Deutschen dazu, in den Heiligen Krieg zu ziehen? Wo fängt diese Radikalisierung an? Auf jeden Fall nicht in Moscheen. Das glaubt der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime, Ayman Masek. Er schließt aus, dass es innerhalb der muslimischen Gemeinde in Deutschland IS-Sympathisanten gibt. Sie hetzen in Moscheen. Im Juli etwa in der Al-Nur-Moschee in Berlin-Neukölln. Oder im Netz. Den Feind im Auge, Bismillah. Allah. Salafisten baggern junge Leute an. Das Besondere an ihrer Masche? Dass Salafisten insbesondere auf Schulhöfen rekrutieren. Oder in Jugendclubs. Wir haben versucht, hier die jüngeren Besucherinnen und Besucher zu missionieren. Sie haben die Mitarbeiter bedroht. Die Extremisten verteilen den Koran und predigen in Fußgängerzonen. Die Werbung wirkt. Ich würde mir so etwas vorstellen, Dschihad zu gehen. Weil Dschihad ist auch, Dschihad ist was, was jeder Muslim machen soll. Über 6000 Salafisten gibt es in Deutschland, so der Verfassungsschutz. Die Zahl der Bärte steigt rasant. Ein Lifestyle für junge Leute. Auf der Suche nach Anerkennung, auf der Suche nach Strukturen. Über 400 Deutsche sollen sich den IS-Terroristen angeschlossen haben. Darunter auch Mädchen wie Sarah aus Konstanz. Ihre Fotos aus Syrien sind... Für die Dschihadisten eine ideale Möglichkeit für die Propaganda. Propaganda für einen Mittelalter-Islam. Eine unterschätzte Gefahr in einem zu toleranten Deutschland? Das fragen wir jetzt einen Mann, der selbst mal in die Fänge des extremen Islam gekommen ist. Mittlerweile berät er Eltern, die Angst haben, dass ihre Kinder Dschihadisten werden. Und das sagt unser nächster Gast in der Runde. Die Gleichsetzung von Islam und islamistischem Terror führt zur Abgrenzung der Muslime in Deutschland und setzt sie unter Generalverdacht. Wir diskutieren mit der migrationspolitischen Sprecherin der Europäischen Grünen. Schönen guten Abend, Ska Keller. Und wir sagen guten Abend zu dem Psychologen Ahmad Mansour, auch Mitglied der Islamkonferenz. Schönen guten Abend. Herr Mansour, Sie engagieren sich in den verschiedensten Projekten. Eins davon heißt Hayat, wo Sie unter anderem Eltern beraten, deren Kinder in die Radikalität abdriften. Was denken Sie, wie ist Ihr Eindruck? Wächst der Einfluss der Islamisten, der Salafisten auf die jungen Muslime in Deutschland? Ja, definitiv. Das sehen wir auch bei unserer Beratungsstelle, dass die Eltern einfach oft anrufen und dass Jugendliche oft auch betroffen. Das sehen wir auch den Zahlen der jungen Männer und Frauen, die in Syrien und Irak jetzt im Namen dieser Religion auch kämpfen. Nun ist der Herr Masiak, also der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime, gerade oft zu hören und zu sehen. Was sagt Sie zu seinem Statement, das wir gerade bemüht haben, dass er nämlich sagt, also in deutschen Moscheen, da gibt es keine Sympathisanten für IS? Das halte ich für Blödsinn. Entschuldigung. Weil das hilft auch uns nicht weiter, das Problem zu beseitigen. Ich will auch nicht Theologisches diskutieren, aber ich gehe von Inhalten, die die Salafisten, die radikalen Islamisten eigentlich ausnutzen, instrumentalisieren, vielleicht auch Oberspitzen, die auch in dem Mainstream-Islam vorhanden sind. Nur wenn wir diese Inhalte innerislamisch diskutieren, nur wenn wir jungen Männer Alternativen anzeigen, können wir Islamismus bekämpfen. Das hat auch Frau Hübsch so ein bisschen gesagt, dass sie den innerislamischen Dialog fordert. Darüber können wir uns ja gleich noch mal austauschen. Frau Keller, auch Sie sagen, man muss auf jeden Fall differenzieren und nicht so holzschnittsartig so Urteile fällen. Aber wie beurteilen Sie denn das, was zuletzt geschehen ist, dass beispielsweise hunderte radikale Islamisten aus Deutschland in den Heiligen Krieg ziehen? Es ist natürlich ein Problem, und wir müssen uns ganz klar auch überlegen, was machen wir denn gegen diese Radikalisierung? Radikalisierung ist ja nicht nur ein Problem des Islam, ist es ein Problem vieler Religionen, wenn nicht aller Religionen, aber auch nicht nur ein religiös bedingtes Problem. Man kann sich über alles Mögliche radikalisieren. Wir müssen dahin gucken, warum passiert das? Warum radikalisieren sich Leute, junge Leute, Männer, Frauen? Das ist ja das gesamte Spektrum. Da gibt es ja mittlerweile auch ein paar Studien, die halt darauf hinweisen, dass es halt viel darum geht, um Ausgrenzung eben. Und wie fühlt man sich wahrgenommen? Fühlt man sich gewertschätzt auch in einer Gesellschaft? Fühlt man sich angenommen? Hat man Wertschätzungserfahrungen auch? Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so gefährlich, wenn man Islam und Islamismus gleichsetzt. Weil dann erfährt man genau gleich diese Ausgrenzung, da wird Islam zum Feindbild. Und damit wird dieses Feindbild gleich attraktiv für Menschen, sich dem anzuschließen. Weil wenn es dann heißt, man ist sowieso außen vor, weil man ist irgendwie Muslim, und damit ist man irgendwie gleich schlimmste Kategorie und gleich Terrorist, dann kann man auch gleich mitmachen. Also da muss man ansetzen. Sicher haben Sie recht, aber wenn Sie sagen, Ausgrenzung spielt da eine Rolle, es gibt viele junge Menschen, die sich auch ausgegrenzt fühlen, die sozial ausgegrenzt werden, die aber nicht gleich in den Heiligen Krieg ziehen. Das stimmt auf jeden Fall. Und wir sehen aber auch bei anderen Radikalisierungstheorien, also Rechtsextremismus zum Beispiel, dass es viel um Ausgrenzung geht. Das heißt nicht, dass es sofort eine, es ist keine Entschuldigung, aber man muss halt die Wurzeln verstehen, um damit umgehen zu können und dagegen angehen zu können. Und natürlich gibt es auch gerade bei den Redelsführern sozusagen, da geht es nicht um Ausgrenzung, sondern die haben da ganz andere Interessen im Sinne, zum Beispiel Machtinteressen, wie Sie schon gesagt haben, ökonomische Interessen, ganz klar. Aber wir müssen eben gucken, wo kommt die Masse her, wo kommen die Truppen her, die Fußtruppen. Und da müssen wir genau gucken, wo kommt diese Radikalisierung her. Wenn wir die Wurzeln nicht verstehen und uns darüber Gedanken machen, dann können wir eben auch nur Symptome bekämpfen. Herr Mansu, erklären Sie uns dieses Phänomen nochmal. Sie sprechen tagtäglich mit Eltern, auch mit Betroffenen, die das erleben. Also was sind diese Wurzeln? Die Wurzeln sind natürlich Inhalte, wie gesagt, die auch in dem Mainstream-Islam vorhanden sind. Das ist Angstpädagogik, die Angst vor Himmel und Hölle, die auch sehr verbreitet unter Muslimen hier in Deutschland. Wir reden hier von Abwertung von anderen Glaubigen und Aufwertung der eigenen Exklusivitätsanspruch. Wir gehen hier von anderen Inhalten, die eigentlich in dem Mainstream vorhanden sind. Das sind die Wurzeln. Wir können nicht nur über Diskriminierung reden. Natürlich spielt das eine Rolle. Aber wenn Sie hier kommen und einfach die Muslime schützen wollen, dann gehe ich von positiven Rassismus. Ich will nicht beschützt werden. Ich will genauso wahrgenommen wie alle anderen. Ich will in der Lage auch Kritik auszuhalten. Und wir können Kritik aushalten. Aber solange wir beschützt werden von bestimmten Politiker, werden wir nicht in der Lage, solche Inhalte infrage zu stellen. Und das brauchen wir auch innerislamisch. Aber ich glaube nicht, dass wir hier Schutz sehen. Das Gegenteil ist leider der Fall. Als die ganzen Moscheen jetzt brannten die letzten Wochen, wir haben wirklich viele islamfeindliche Anriffe gesehen, da gab es keine Solidarisierung. Wir haben, glaube ich, immer noch nicht verstanden, was auch der gesamte NSU-Skandal für Auswirkungen hat auf die Selbstvernehmung von Muslimen, wie sie in dieser Gesellschaft wahrgenommen werden. Sie haben vorhin gesagt, es ist ja, wie Sie sollen auf die Straße gehen, gegen den IS. Aber was haben Sie denn damit zu tun? Ich als Deutsche denke mir auch, na gut, ich habe mich auch nicht vom NSU distanziert, obwohl die das im Namen des deutschen Volkes getan haben. Habe ich aber nicht. Ich fühle mich da überhaupt nicht mit verbunden irgendwie. Logischerweise nicht. Es gab aber eine bereiter Debatte. Es gab eine bereiter Debatte darüber. Nein, es gab keine bereiter Debatte. Alle haben gesagt, Schwamm drüber, da sind wir jetzt mal fertig mit, da machen wir nichts weiter. Es gibt doch keine Diskussion über Islamfeindlichkeit. Es gibt keine Diskussion, wie wir die Moscheen besser schützen. Es gibt keine Diskussion darüber, wie wir Muslime besser schützen. Wir sprechen hier heute Abend genau darüber, über Islamfeindlichkeit und über die Gefahr, die mögliche, die vom Islam ausgeht. Wenn man sich all das anschaut, warum lassen sich junge Menschen radikalisieren? Das ist die Frage, die wir gerade gestellt haben. Da gibt es Leute, die die Religion instrumentalisieren, Leute, die Korane in Straßen verteilen lassen. Wir haben das gerade gesehen, Pierre Vogel. Wieso kann man denen nicht Einhalt gebieten? Das ist auch die Frage. Und das ist, glaube ich, die Kritik, die von der Seite kommt und hier beantwortet werden muss. Ich glaube, da kann man tatsächlich was gegen tun. Man muss natürlich in die Moscheen gehen, das ist ganz klar. Und dort auch dafür sorgen, dass es eine offene Debatte gibt, dass es eine offenere Interpretation auch gibt und keine Hasspredigen logischerweise. Aber die gibt es natürlich auch anderswo. Aber man darf auch nicht in den Moscheen Stopp machen. Weil Studien zeigen eben auch, dass diese Radikalisierung eben oft nicht in Moscheen passiert, sondern in anderen Räumen, Universitäten, Schulen, öffentlichen Plätzen. Da muss man auch reingehen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Gemeinden da immer mitziehen, dass die Verbände mitziehen. Aber dass eben auch die gesamte Gesellschaft nicht sagt, okay, das ist ein Problem der Muslime, sondern dass man wirklich auch an dieser Ausgrenzung arbeitet und schaut, wie können wir die Gesellschaft so aufbauen, dass sich wirklich alle willkommen fühlen, dass es dieses Anerkennungsgefühl gibt. Und das ist, glaube ich, wirklich eine wichtige Geschichte. Man kann, und dazu gehört natürlich auch die Frage, wollen wir wirklich diskutieren, ob der Islam gefährlich ist oder macht das die Sache nicht noch gefährlich? Das fordern Sie ein. Das fordern Sie ein. Wenn ich dazu was sagen darf. Wenn ich dazu was sagen darf. Sie sagen, Sie wollen, dass auch in Moscheen innerislamische Debatten stattfinden. Was hat Ihre Partei, die Grünen, dazu beigetragen, dass diese innerislamische Debatte wirklich stattfindet? Eigentlich nicht, im Gegenteil, kontraproduktiert. Was haben Sie dazu beigetragen? Ich habe ein Buch geschrieben, der Islamische Faschismus, als Diskussionsbeitrag, wurde auch von vielen Muslimen diskutiert. Das ist das dritte Mal, dass ich auch mit Frau Hübsch darüber diskutiere in diesem Jahr und viele Muslime schreiben mir und diskutieren über diese Kritik, die ich in meinem Buch geschrieben habe. Aber Sie und Ihre Partei, wie Ahmed genannt hat, Sie nehmen die Muslime in Schutz und verhindern die innerislamische Aufklärung. Weil Sie betrachten Muslime als Opfer und solange die Muslime alles Opfer sind, dann müssen Sie ja selber nichts tun, sondern das sind die anderen an allem schuld. Die USA ist schuld daran, dass die ISIS sich breit macht, der Imperialismus und der Kolonialismus. Aber was ist mit den selbstgemachten Problemen der Muslime selbst? Sie werden nicht diskutiert und dann beschützen sie sie, weil sie den Muslimen irgendwie nicht zutrauen, dass sie selber irgendwie für sich sprechen können und innerislamisch diskutieren können. Und wenn eine Stimme innerhalb der Islam kommt und etwas kritisiert, dann sagen sie, das ist Rassismus und das ist gefährlich und das beschädigt das Zusammenleben. Die Aufklärung in Europa hat stattgefunden, weil Menschen wie Voltaire und Feuerbach die Religionen kritisiert haben und sich darüber auch lustig gemacht haben. Sie wollen das, was für das Christentum und für das Judentum galt, für den Islam verbieten und das ist unanständlich. Ganz kurz, wir haben hier uns natürlich die Zeit weg, weil Sie natürlich immer sehr weit ausholen, aber in der Sache wollen wir ganz kurz noch mal erklären, Herr Mansur. Also, wir sind natürlich bei dem innerislamischen Dialog. Da wollte ich Sie auf jeden Fall noch mal hören dazu und Sie noch mal zu einer anderen Sache, aber jetzt erst mal Frau Hübsch. Ja, man muss sich da fragen, also ich bin ganz Ihrer Meinung nicht. Die Amerikaner sind schuld, das ist eine Sündenbock-Version, die natürlich die arabische Welt sich auch zu Recht denkt. Natürlich sind arabische Machthaber auch ganz klar schuld, aber es entsteht ein Machtvakuum dort und das ist ein Nährboden für Terrorismus. Und dieses Machtvakuum haben wir auch in Deutschland, weil Sie müssen klar sehen, das sind ja junge Leute, die anfällig sind für Radikalisierung, sind ja nicht die Älteren. Also kann ja die Wurzel, wenn die Wurzel der Islam wäre, müssten ja irgendwie alle radikal werden, auch die Älteren. Warum die Jüngeren? Ja, aber das heißt radikal für Sie, das reicht nicht, wenn wir nur die Leute, die in Surien betrachten. Lassen Sie mich ausreden, warum springen diese jungen Leute denn an auf Überlegenheitsgefühle? Warum wollen die sich überlegen fühlen, wo der im Koran steht, die Todsünde ist, eine der größten Sünden ist, sich selbst überlegen zu fühlen und hochmütig zu sein? Warum haben Sie also dieses Bedürfnis? Das ist doch ein Minderwertigkeitskomplex. Und da muss man dran arbeiten, das sind psychologische Motive, ja, die fühlen sich tatsächlich ausgekennst ohne Perspektive, das sind Ex-Kriminelle, oft die sich radikalisieren, Ex-Drogenabhängige oder die haben schwierige biografische Konstellationen. Es sind doch nicht alle Muslime. Und ich glaube, wir müssen das Ganze halt nicht sehen. Generalverdacht ist immer schlecht, ist immer schlecht. Wollen aber, Frau Keller, Herr Mansour, nochmal. Die psychologische Aspekte, da gehe ich mit Ihnen auch. Aber das sind nicht nur die Diskriminierungserfahrung, das ist nicht nur die Ir-Wir-Debatte, das ist auch die Erziehungsmethoden zu Hause. Haben Sie recht. Das ist Gewalt zu Hause, das ist die Angstpädagogik. Und wenn Sie mit mir über Angstpädagogik reden wollen, wenn Sie bereit, die Hülle abzuschaffen, dann haben wir die innerislamische Debatte angefangen. Aber kein Vertreter der politischen Islam ist bereit, diesen Schritt zu gehen. Aber ich bin bereit, die Hülle abzuschaffen. Aber Frau Keller, nochmal ganz kurz zum Vorwurf an die Politik. Hat Rot-Grün so lange weggeschaut, durch die Multikulti-Brille alles schön gesehen? Ich glaube nicht. Also es ist ja gut, dass Sie sich bei unserer Partei so gut auskennen. Aber ich meine, wer, wenn nicht die Grünen haben, dann genau den Dialog mit muslimischen Verbänden auch forciert und gesucht. Also ich glaube, wir bringen uns da sehr wohl ein. Aber wir wollen eben keine Symptom-Politik bauen. Wir wollen eben keine Politik machen, die halt guckt, wo ist der schwarze Peter hinzuschieben. Und genau das sehe ich leider auch bei meinen Kollegen und Kolleginnen von anderen Parteien, die halt ganz schnell sagen, ja, die Muslime sind schuld. Und was nicht alles. Und der Islam. Ich glaube, da müssen wir viel differenzierter schauen. Und was Sie sagen, zum Beispiel Exklusivitätsgefühl. Das ist natürlich was, was allen Religionen nun mal irgendwie ist. Weil man hat nun mal die Idee, dass man... Natürlich gibt es diese Probleme woanders. Aber wieso müssen wir immer wieder über was anderes reden? Warum reden wir eigentlich nur über den Islam? Warum reden wir nicht darüber, wie auch Religionen insgesamt... Oder andere Sachen... Das machen wir ein andermal. 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 Sandra, wir wollen jetzt hören, was sich im Netz tut. Sekunde, Frau Keller. Ich muss unseren Zuschauern hier mal Gehör verschaffen. Die wollen Lösungen sehen. Die wollen jetzt fragen, wie sollen wir dem Problem der Radikalisierung hier begegnen? Christian Truschheit meint, das ist ein Widerspruch im Ausland, die fanatischen Islamisten zu bekämpfen, den Salafisten vor der eigenen Haustüre jedoch alles zu gewähren. Und Ingo Gondro meint, die Fragen, die müssen lauten, weshalb können islamische Hassprediger hier ungehindert ihr schmutziges Handwerk betreiben? Muss man grenzenlose Toleranz Menschen gegenüber beweisen, die selbst keine Toleranz zulassen? Frau Keller, gehen wir mal auf die islamische Hassprediger ein, die Ingo Gondro hier nennt. Kommen die einfach an Moscheeverbänden vorbei? Können die da vorbeipredigen, so wie er das sagt? Also Aufrufe zur Gewalt, die sind in keinem Kontext erlaubt. Ebenso auch nicht in Moscheen, noch sonst irgendwo, das ist ganz klar. Aber mir ist es auch sehr wichtig, dass wir halt die Kategorien des Rechtsstaats auch anwenden. Dass wir nicht einfach unüberlegt neue Gesetze erlassen. Zum Beispiel gibt es in anderen Ländern Überlegungen, ob man die Staatsangehörigkeit Menschen abspricht, die in den Dschihad ziehen. Und da frage ich mich, was gewinnt man damit? Da gewinnt man gar nichts, da gewinnt man staatenlose Terroristen mit. Aber das hilft niemanden. Sondern man muss sich halt viel mehr damit beschäftigen, einerseits mit der wirklich herangehen an die Wurzeln. Was ich schon meinte, das klingt irgendwie, das ist so ein bisschen softer, das ist kein, wir machen jetzt Gesetz so und dann ist die Lösung damit geschaffen. Das ist längerfristiger, da gehören so Projekte rein, wie Sie das machen. Was sehr lobenswert ist, das ist alles Teil des Ganzen. Aber wir müssen uns, glaube ich, der Aufgabe stellen, wie wir eben die Gesellschaft so hinbekommen, dass es einerseits auffällt, dass auch wir in Familien reinbekommen, wo unser autoritäres Denken vorherrscht. Das ist ja, weiß Gott, wie Sie ja auch gesagt haben, kein islamisches Problem. Sondern das ist ein Problem von autoritären Vorstellungen. Die haben wir ja auch in der gesamten Gesellschaft. Sie kennen sicherlich die Studien zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Schlimm, was sich da immer wieder auftaucht. Auch eben die Islamfeindlichkeit in der deutschen Gesellschaft. Da muss man ran, damit eben nicht alle Muslime denken, wir werden als Feind mit angesehen. Also machen wir da gleich mit. Viele Experten warnen, was passiert eigentlich, wenn man den Kampf gegen IS erstmal eindämmt und dann kommen die Dschihadisten enttäuscht hierher zurück. Herr Mansour, was würde dann passieren? Muss man dann Law and Order walten lassen oder muss man diese Menschen versuchen wieder zu integrieren? Das ist dann zu spät. Das ist dann gesamtgesellschaftlich zu sehen, nicht zu holen. Weil teilweise kommen sie entweder hochtraumatisiert und da brauchen sie Psychotherapie. Oder sie kommen zurück und da kann die Stadt eigentlich nichts mehr machen. Es kann auch sein, dass sie eine Ausbildung an eine Waffe bekommen haben, aber sie zu absolvieren und zu beobachten, ist fast unmöglich. Die Zahlen sind einfach zu groß, um das zu machen. Ich bin der Meinung, dass die Lösung eigentlich in innerislamischer Debatte ist. Natürlich gibt es diese Inhalte. Wenn wir diese Inhalte in Frage stellen, wenn wir anfangen über Angstpädagogik, über bestrafender Gott, nicht nur bestrafender Vater, auch bestrafender Gott ist Teil dieser Inhalte. Nur dann können wir sozusagen die jugendliche Alternativen zeigen, Vorbilder schaffen, die mit diesen Isis, mit diesen Radikalen nichts zu tun haben. Aber das Problem ist nicht nur bei Muslime. Das Problem ist auch bei Menschen ohne Migrationhintergrund, die nicht Muslime sind, die den Islam annehmen und auf einmal eigentlich nur diese radikalen Islam zu Gesicht bekommen. Wenn Sie heute bei Google zum Beispiel das Wort Islam schreiben, dass die meisten Inhalte eigentlich sehr radikal sind, salafistisch sind. Man muss nicht zur Moschee gehen, um das halt zu konsumieren, sondern man kann das von zu Hause machen. Und da brauchen wir diese Vorbilder. Es reicht nicht, irgendwelche Gesetze zu verabschieden. Ich glaube auch, dass unsere Demokratie eigentlich das aushalten kann und aushalten muss. Aber auf die andere Seite müssen wir die innerislamische Debatte. Und das schaffen die politischen Islam nicht. Das schaffen sie auch nicht. Und das schaffen die Verbände nicht. Und solange Ayman Meisig sagt, das hat mit dem Islam nichts zu tun, haben wir kein einziger Mensch hier gerettet. Ich wünschte, es wäre so, dass die innerislamische Diskussion ausreichen würde. Ich bin ja ganz bei Ihnen. Ich sage auch, da muss ganz viel passieren. Aber ich finde es so unglaublich naiv, zu denken, die weltpolitische Lage, die total Destabilisierung einer bestimmten Region des mittleren Nahen Ostens, das hätte etwas mit Religion zu tun. Das sind Sie schon bei Verschwörungstheorien. Es sind geopolitische Interessen, machtpolitische Interessen, ökonomische und wirtschaftliche Interessen. Sie argumentieren wie die ISIS. Nein, da sind ganz viele Akteure, die ganz unterschiedliche Interessen haben. Und alles wird auf die Religion heruntergebröckelt, weil dann ist es schön einfach, so ein kompliziertes Gemengelage zu verstehen. Aber Kriege waren nie religiös begründet. Das war immer das Label. Und in der Wahrheit steckt Hochmut, Egoismus und einfach ein Prestigedenken der Menschen dahinter. Und was hat ein Albaner oder ein Türke, der in Deutschland lebt, mit Syrien und Irak? Das hat damit zu tun, dass auch die Moscheeverbände den Weg ebnen auch für diese Radikalen, indem sie diese Opferdiskurse weiterführen, die sie hier auch durch ihre Politik bestätigen. Genau. Dass die Muslime überall auf der Welt verfolgt sind, dass die bösen Amerikaner und der Westen einfach auf die Muslime... Aber das ist im Irak keine religiöse Frage, sondern eine Machtfrage. Das kommt aus der Moschee. Das kommt aus der Moschee auch. Dass die sunnitischen Gruppen sich teilweise der IS angeschlossen haben, um eben Macht auszuüben, weil niemand zufrieden war mit dem Premierminister. Das ist doch klar, das ist keine Verschwörungstheorie. Das sagt sogar die US-Regierung. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir, wenn wir jetzt schon mal auf den Irak gucken, was ist die Lösung da? Ja, natürlich gibt es Sachen, die wir hier tun können, aber im Irak muss auch einiges passieren. Wir brauchen da endlich eine stabile Regierung, die sich mal endlich um alle Volksgruppen kümmert und nicht nur um eine oder zwei. Das wollen wir gleich, da gebe ich Ihnen auch recht. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Die irakische Regierung kann sich nicht um die Türken und die Albaner aus Deutschland auch kümmern. Nee, aber um ihr eigenes Land. Aber auch wenn wir über Terroristen reden, dann reden sie über Opfer. Erstmal, wenn diese Terroristen zurückkommen, sind sie erst mal Verbrecher. Dann gehören sie eingesperrt wegen Teilnahme an einer terroristischen Organisation und Teilnahme an einem fremden Wehrdienst. Aber wir betrachten sie auch, wo noch nicht alles Opfer. Natürlich passiert Unrecht in der Welt und natürlich passiert Unrecht in Gaza, natürlich passiert Unrecht im Irak. Und natürlich gibt es Mächte, die eigentlich ihren eigenen Interessen folgen. Ich kann Geld spenden, ich kann mit meinen Kindern, ich kann in der Schule darüber reden, ich kann auf der Straße gehen und demonstrieren. Aber wenn sie eine gemeinsame Opferrolle schaffen, wenn sie bestimmte Feindbilder schaffen, was auch in Moscheen passiert, was auch in der Logik und in der Argumentation immer wieder vorkommt. Die Muslima, die werden bekämpft. Die Verschwörungstheorien im Internet, die Leute, die auch sich von ISIS distanzieren, schreiben im gleichen Satz, das wäre eine Erfindung der Geheimdienste, der amerikanische und die israelische. Also ich muss ganz verantwortlich abgeben, die müssen die Verantwortung für Terrorismus. Man muss diese Unrechtsempfindungen ernst nehmen, aber natürlich heißt es nicht, dass die Muslime nicht ihren Anteil dran haben. Ich sage ja nicht, die Muslime haben ihren Anteil nicht dran. Ich sage, alle haben ihren Anteil dran, der Westen, die muslimischen Länder, die muslimischen Nachbarn. Ich sage, alle sind schuld, weil es nämlich im Kern immer um Egoismus geht und nie um Religion. Aber die Lösung beginnt mit Eigenverantwortung, Frau Röck, und das ist das, was ich bei Ihnen vermisse, dieser Selbstkritik. Sie wollen alles vom Islam wegwaschen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Diese Behauptung hilft auch nicht. Sie haben gleich die Möglichkeit, sich nochmal zu duellieren mit Worten bzw. mit Antworten. Muslime in Deutschland, die Schätzungen gehen so ein bisschen auseinander, zwischen 3,8 und 4,3. Das sind die aktuellen Schätzungen. Und natürlich ist es heute Abend bei Login sehr interessant zu fragen, gehört der Islam zu Deutschland mit all seinen Facetten. Das werden wir gleich tun, direkt nach Login. Und zwar heißt es, wir nehmen uns jetzt 2 Minuten 30 Zeit für Fragen unserer Zuschauer, die sich hier angestaut haben. Ich bitte mal Frau Hübsch und Herrn Abdel-Sammer zu mir. Die Herausforderung bei Login direkt ist, da das ja 2 Minuten 30 dauert, dass wir uns möglichst knackig und kurz fassen. Wir machen einfach einen Deal, ich rede nicht dazwischen und wir kriegen das aber in aller Kürze hin. So, ich sage mal 2 Minuten 30 starten exakt jetzt. Erste Frage an Herrn Abdel-Sammer. Wie sehen Sie den Islam in Europa in 20 Jahren? Wenn es so weiter geht mit der Vertuschung der Probleme unter den Teppich kehren, wenn die Politik nicht ernsthaft das Thema Islam und Islamismus anpackt, dann sehe ich Erstarkung, Radikalisierung, mehr bestärkende Muslime in der Opferrolle und mehr Probleme wie im Irak und in Syrien. Sehr gut. Frau Hübsch, Peter fragt, wie stehen Sie zu Salafisten wie Pierre Vogel und Abu Nagy sowie der Lies-Aktion? Ich finde, Sie propagieren einen gefährlichen Islam, eine wahhabitische Ideologie, die ganz gefährlich ist. Ich finde es gut, wenn man den Koran lesen würde, das macht ja nur leider keiner, aber dann könnte man auch besser darüber diskutieren. Dagegen habe ich nichts. Robert fragt, soweit ich weiß, Herr Abdel-Sammer, sind Sie noch Moslem. Warum kehren Sie als einer der größten Kritiker dem Islam nicht den Rücken? Ich bin konfessionell kein Moslem, aber kulturell bin ich ein Moslem. Ich bin da geboren. Ich kenne auch viele Christen und Juden, die mit den Geboten des Judentums und des Christentums und auch mit den Legenden dieser Religion nicht zu tun haben. Und trotzdem sind es Juden und Christen. Und man sollte auch als Kritiker von innen etwas verändern und nicht immer alles Außenseiter. Nächste Frage an Frau Hübsch. Haben Muslime, die den Islam friedlich auslegen vor anderen Muslimen wie IS-Anhängern Angst? Natürlich habe ich Angst, denn die IS, die bringt ja vor allem Muslime um. Diese Fanatiker, die bringen ja vor allem eben auf der ganzen Welt Muslime um. Deswegen habe ich auch Angst vor denen, ja. Nächste Frage an Sie beide von Stefan Nesterhausen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass in Deutschland in naher Zukunft, dass es da zu einem Anschlag von Dschihadisten kommt? Kein Land der Welt ist vor solchen Anschlägen gefeit. Vor wenigen Jahren gab es nur ein paar Dutzend Anhänger von solchen Gruppen und nur ein paar Kämpfer in Syrien oder im Irak. Jetzt haben wir zwischen 300 und 400. Es werden auch mehr. Und damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass hier bald ein Anschlag stattfinden kann. Frau Hübsch? Sie dürfen auch noch antworten. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Ich hoffe, dass es den Muslimen gelingt, die Herzen der Menschen zu erobern. Und das nicht mit Gewalt. Das funktioniert nicht. Sondern indem sie eben Argumente austauschen, indem sie auch bereichernd wirken. Und indem sie klar machen, dass es da friedlich sein kann. Und nichts mit Dschihad zu tun hat. Das ist eigentlich nur der Kampf gegen das Ego. Perfekt. Auf den Punkt. Herzlichen Dank. Sie dürfen noch kurz hierbleiben. Dann vielen Dank für diese intensiven und emotionalen Antworten. Ja, aufgeregt und gerne auch polemisch wird hier in Deutschland darüber diskutiert, wie man jetzt am besten Muslime integriert. Die einen sagen, ja, die sind doch total radikal, die wollen sich gar nicht integrieren. Und die anderen sagen, ach Muslime, das eröffnet unserer Gesellschaft doch völlig neue Sichtweisen. Und die Sache ist natürlich, wann gehört der Islam zu Deutschland? Erst wenn ein deutscher Stempel drauf ist und wir sagen Islam ohne Probleme gerne? Ein Satz mit Bart. Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Aber immer wieder aktuell. Deutschland ohne den Islam nicht denkbar. Jeder zweite Deutsche hält den Islam für eine Bedrohung, so eine Umfrage. Die kämpfen für etwas, was für mich also schizophren ist. Anschläge auf Moscheen häufen sich und werden neue geplant, protestieren die Nachbarn. Wie in Leipzig Ende 2013. Wir werden dagegen sein, gegen der Moschee. Denn wir sind das Volk. Und das Volk hat offenbar Angst. Auch vor Kopftüchern? Objektiv ist das Kopftuch, das islamische Kopftuch, das alles verdeckt, die Flagge des politisierten Islam. Der Dauerstreit um eine Kopfbedeckung. Dass man die Ängste, die Bürger, die das nicht verstehen können, warum eine Frau sich verschleitet, dass man diese Ängste auch ernst nimmt. Mit oder ohne? Gehört vielleicht nur ein Islam ohne Kopftuch zu Deutschland? Das ist gut, wir können darüber mit Frau Hübsch sprechen. Frau Hübsch, das Kopftuch gilt vielen als Symbol der Unterdrückung, Frauenfeindlichkeit. Jetzt taucht das Statement auch von Frau Schwarzer, die geht ja da ein bisschen weiter. Sie sagt, das Kopftuch sei die Flagge des politisierten Islams. Warum löst das Kopftuch in Deutschland so viele negative Emotionen aus? Ich glaube, es symbolisiert sehr schön das Fremde, die Burka ja nochmal krasser. Es ist einfach die Verkörperung des Fremden, was einem Angst macht, was man nicht kennt und was man dann erstmal ablehnt. Aber für mich ist das Kopftuch natürlich keine Flagge des politischen Islams. Ich distanziere mich ganz stark vom politischen Islam. Ich bin für eine klare Trennung von Staat und Religion, ich bin für ein säkulares System und trotzdem trage ich ein Kopftuch. Und daran sieht man diese verkürzten Verbindungen, dass das Kopftuch immer mit Unterdrückung auch assoziiert wird. Das ist eine Projektion der Mehrheitsgesellschaft auf die Muslime. Es hat aber nichts mit denen zu tun, wie ich das Kopftuch verstehe. Für mich ist es ein Ausdruck der Liebe zu Gott. Es ist in erster Linie ein religiöses Symbol für mich. Und ich finde, die Freiheit muss man mir auch lassen. Auch wenn man vielleicht als atheistischer oder als areligiöser Mensch religiös nicht so musikalisch ist und das nicht nachvollziehen kann. Aber ich bin so froh darüber, dass wir in Deutschland Religionsfreiheit haben, dass ich es tragen kann. Ich wünsche mir auch, dass in der sogenannten islamischen Welt jeder tragen kann, was er möchte, ob es ein Kopftuch ist oder nicht. Ich bin völlig gegen ein Kopftuchzwang. Aber ich bin eben für Freiheit. Das ist auch Aufklärung. Ein autonomes Entscheiden können, sich selbst entscheiden können dafür, was man anziehen möchte, was man nicht anziehen möchte, wie man leben möchte. Da bin ich dankbar, wenn man mir mit Toleranz begegnet und eben nicht abfällig und nicht immer, glaube ich, so tut, als ob ich irgendwie hängen geblieben wäre und rückständig. Weil das ist leider meine Erfahrung, die ich im Alltag habe. Ja, Sie haben recht, in Deutschland löst das bei sehr vielen Unbehagen aus. Wie ist das eigentlich bei Ihnen beiden? Sie haben sich ganz schön bekriegt hier, richtig auf die Pauke gehauen. Haben Sie auch ein Problem mit dem Kopftuch? Es gehört zur Freiheit des Individuums. Ich glaube nicht, dass es zur Religionsfreiheit gehört. Ich sehe da kein religiöses Gebot darin. Viele Muslime sehen das als ein Gebot. Es ist eine individuelle Entscheidung. Jeder darf anziehen, was er will. Ich sehe das sehr oft als ein Zeichen der Ausgrenzung ist. Mit dem Kopftuch, mit dem Burka noch krasser. Ein Zeichen, ich will mit euch nichts zu tun haben oder ich bin anders. Ich verstehe, wie ursprünglich die Idee des Kopftuches im Islam war. Das haben Sie ja gut ausgeführt. Weil unsere Zeit begrenzt ist ja ab, der Samad, wollte ich Herrn Mansu auch noch mal ganz kurz die Gelegenheit bieten zu antworten. Haben Sie im Schiff nichts dagegen? Also das ist freie Entscheidung. Da stehe ich auch dahinter. Wenn Frauen alleine entscheiden, Kopftuch zu tragen, wenn sie erwachsen sind. Ich habe ein Problem, wenn Kopftuch eine Art von Symbol für Reinheit, wenn andere Frauen gemobbt oder sogar unterdruckt werden, weil sie das nicht tun. Und ich habe ein Problem, wenn sozusagen ein Kopftuch eine Art von Tabuisierung oder Unterdruckung der Sexualität wird. Aber wenn Frauen alleine entscheiden, das zu tun, dann finde ich, dass eine demokratische Gesellschaft möglich sein soll. Ja, Sandra? Ja, ich habe wieder was. Es ist ja so, dass der Unionsfraktionschef Volker Kauder 2012 vor der Islamkonferenz klar gesagt hat, nee, der Islam, der gehört nicht zu Deutschland. Da schließen sich so ein paar Zuschauer auch an. Norbert Winkel, der sagt, wenn man sieht, was im Namen des Islams passiert, dann wird der Spruch, der Islam passt zu Deutschland, ad absurdum geführend. Aber Fopper meint, sie finden das gefährlich, was Volker Kauder und andere christliche Politiker sowie einige Kirchenvertreter betreiben. Sie setzen die Religionszugehörigkeit als Kriterium dafür an, inwieweit Menschen bekämpft oder beschützt werden sollen. Da geht es auch darum, dass Volker Kauder sagt, Hassprediger müssen ausgewiesen werden. Frau Hübsch, wenn da jemand sagt, wenn ein Politiker sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, was denken Sie da? Ja, ich denke, das ist seine Meinung. Er kann das ja äußern. Und ich glaube, was von Christian Wulf in seiner kurzen Amtszeit übrig bleiben wird, ist eben, dass der Islam zu Deutschland gehört. Und so sehe ich das auch. Also, das wird sich einfach zeigen. Ich hoffe, dass die Muslimen auch in der Lage sein werden, einen Islam vorzuleben, der als bereichernd empfunden wird, wo dann nicht immer die Probleme im Vordergrund stehen, sondern dass sie sich so weit auch in die Gesellschaft integrieren, in die Gesellschaft einbringen. Ich möchte was mit ihnen zu tun haben. Das Kopftuch ist eben nicht ein Symbol der Ausgrenzung. Sonst wäre ich heute nicht hier. Ich möchte zeigen, was ich faszinierend und schön am Islam finde. Und ich möchte ein gesellschaftliches Miteinander. Und ich hoffe, dass das akzeptiert wird und dass wir irgendwann ganz locker darüber reden können. Natürlich gehört der Islam zu Deutschland, so wie alle anderen Religionen auch, klar. Gehört der Islam zu Deutschland? Wir reden heute Abend darüber auch natürlich, weil der IS diese Terrorgräueltaten verübt. Und vor diesem Hintergrund hat sich die Bundesregierung ja zu Waffenlieferungen entschieden. In diesem Zusammenhang, was aktuell ist, die Kanzlerin hat sich zu Wort gemeldet im Magazin Cicero. Und sie sagt, wir beteiligen uns auch mit Waffen wegen der Beteiligung deutscher IS-Kämpfer. Und begründet das also auch damit, dass Deutschland aktiv wird. Nur viel dazu. Wollend zurückkehren zu der Frage, gehört der Islam zu Deutschland? Und verträgt sich das? Verträgt sich diese muslimische Kultur mit den christlichen Traditionen? Darauf bezieht sich ja die Diskussion auch oft, Herr Mansur. In einer vielfältigen Gesellschaft gehört der Islam zu Deutschland. Die Muslime vor allem gehören zu Deutschland. Sie sind Teil dieser Gesellschaft. Ich bin aber dagegen, dass bestimmte Inhalte, die mit der Demokratie nicht vereinbart sind, Tabuisierung der Sexualität, Unterdruckung von anderen, Angstpädagogik, patriarchalische Strukturen, die gehören nicht zu Deutschland. Aber ein europäischer, moderner, liberaler Islam, der noch geschaffen werden muss, gehört zu diesem Land genau wie die Menschen, die hier leben. Lassen Sie mich eine aktuelle Umfrage, eine relativ aktuelle Studie des Wissenschaftszentrums Berlin zum Thema Fundamentalismus im Islam zitieren. Da sagen 47% der Muslime in Deutschland, religiöse Regeln seien ihnen wichtiger als weltliche Gesetze. Unterstreicht das nicht die These, Frau Hübsch, dass viele Muslime sich gar nicht anpassen wollen? Nein, ich glaube, es kommt darauf an. Die religiösen Regeln geben ja selber vor, dass man sich an die Gesetze des Landes zu halten hat. Vielleicht ist da eine emotionale Verbundenheit, die stärker da ist zu religiösen Regeln, weil sie ja sinnstiftend auch sind. Aber die Religion sagt ganz klar, man muss sich an die Gesetze des Landes halten. Das sagt der Koran unmissverständlich. Wo genau im Koran? Wo genau im Koran? Es heißt, es ist... Oh, da sind wir jetzt... Nein, 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 nein. Das ist das Schade. Ich stelle es auf meine Webseite. Nein, nein, Sie sagen jetzt... Das wollen wir nach der Sendung. Nein, nein, nein. Für uns ist das... Das ist ein Trick. Das ist ein Trick. Dann ist das schwierig, ja? Aber vielleicht noch ganz kurz. Sie sagen, Unterdrückung der Sexualität, das gehört nicht zu uns und so weiter. Und Unterdrückung der Frau. Ich weiß nicht, wie es da mit der katholischen Religion aussieht. Wir reden hier über Muslime. Wir reden hier über Muslime. Das Christentum und das Judentum gehört zu Deutschland. Das ist die Verantwortung abgeben. Es gibt ein Problem mit Unterdrückung im Namen der Religion von Sexualität. Sexualität wird als Tabu gesehen, im Grundgesetz steht. Das war nie, Miss Lange. Sexualer Freienscheidung. Und das haben Sie bis jetzt nicht erwähnt. Wollen die Muslime in Deutschland wirklich Teil dieser Kultur sein? Oder sind das nur Lippenbekenntnisse, Frau Keller? Natürlich wollen Muslime ganz normaler Teil der Gesellschaft. Da ist die Frage, ob man sie lässt oder ob man nicht immer draufguckt und sagt, oh, du Muslim. Und das, glaube ich, ist noch eine andere Frage. Wir reden viel darüber, was Muslime machen sollen. Wir müssen aber auch darauf gucken, was die Gesellschaft macht. Und wie gesagt, momentan haben wir eine Debatte. Ist Islam gefährlich? Ist der Islam böse? Was macht das mit einem, wenn man sich selbst dieser Religion zugehörig fühlt? Und was Sie sagen, patriarchale Strukturen, all das ist ein Riesenproblem. Leider ist das gerade sehr massiv präsent in Deutschland. Wie gesagt, nicht alleine in muslimischen Familien, weiß Gott nicht. In christlichen Familien, in atheistischen Familien. Das ist ein Gesamtproblem. Dagegen müssen wir vorgehen, alle zusammen, aber eben ohne auf dem Finger auf eine bestimmte Gruppe zu zeigen, sondern zu sagen, wir haben ein Problem mit Sexismus in dieser Gesellschaft. Wir haben, aber da müssen Sie nicht nur auf die Religion gucken, da müssen Sie auch an die Börse gucken zum Beispiel. Aber die ritten kein einziger Frau. Die ritten kein einziger Frau, wenn Sie so verallgemeinern. Wir haben ein Problem mit Unterdruckung der Sexualität. Wir haben ein Problem, dass viele Mädchen aufwachsen in Familien, wo Sexualität ein Sündenhaft gesehen, eine Art von Sünde unterdruckt werden, ihre private Entscheidungen nicht entscheiden können. Und dann kommen Sie und machen das so allgemein. Das trefft allen. Das rettet kein einziges Mädchen. Und das ist schade. Mir geht es aber darum, dass wir hier nicht den Finger auf eine Gruppe zeigen und dann sagen wir, Generalverlust, Muslime sind alle so. Ich gehöre zu dieser Gruppe. Ich will, dass wir problematische Landgesellschaft nicht angehen. Wir sind alle Teil der Ausgabe. Wir hören alle dazu. Ich würde auch die Frage gerne beantworten. Jetzt versteht keiner mehr was. So, Ahmed Shalom auf Facebook kritisiert hier, wir reden dauernd über Integration. Und vielleicht kann es ja aber sein, dass Muslime das hier eigentlich gar nicht möchten. Er meint Erdogan, der möchte, dass die Türken in Deutschland einen Staate im Staate, eine Parallelgesellschaft bilden und seine national-islamischen Interessen vertreten. Deshalb möchte er natürlich nicht, dass sie sich hier anpassen. Wie sehen das die meisten Muslime? Ich hoffe, dass sie es nicht so sehen. Ich sehe es auch definitiv nicht so. Ich bin für einen säkularen Staat, wo man pluralistisch zusammenlebt. Und das heißt auch im Koran, hätte Allah gewollt, dass alle eine Religion haben, dann hätte er dafür sorgen können. Aber er hat den Menschen den freien Willen gegeben. Also Pluralismus ist ja von Gott akzeptiert und gewollt. Und von daher bin ich absolut dafür, dass wir eine plurale Gesellschaft haben und da in Frieden zusammenleben. Ich brauche keinen Gottesstaat im Staat. Das ist absurd. Wie gefährlich ist das, Herr Abdel-Samad, solche Äußerungen von Erdogan für das Zusammenleben hier in Deutschland? Ich finde es sowohl von Erdogan als auch von Herrn Wulff gefährlich. Also wenn Herr Erdogan Muslime daran hindert, sich in dieser Gesellschaft zu integrieren und wenn Herr Wulff behauptet, der Islam sei ein Teil von Deutschland, ohne zu präzisieren, was für ein Islam. Wenn ich den Islam kritisiere, und das haben viele Muslime auch, haben mein Buch kritisiert und gesagt, welchen Islam meinen sie überhaupt? Der Islam ist so vielfältig und so weiter und so fort. Aber wenn man den Islam positiv darstellen will, dann gibt es auf einmal diesen einen Islam. Wenn man Islamunterricht haben will, dann gibt es ihn, diesen einen Islam. Wenn man den Islam als Körperschaft des öffentlichen Rechts haben will, dann gibt es ihn, diesen einen Islam. Und dann ist diese Vielfalt irrelevant. Und deshalb finde ich eine Täuschung der Öffentlichkeit, wenn sie sagen, der Koran ermutigt Muslime, sich an die Gesetze des Landes zu halten. Der Islam kennt nur ein einziges Gesetz, nämlich Scharia. Alles andere ist ungerecht. Nein, das steht im Koran so. Und da spricht jemand, der den Koran kennt im Gegensatz zu Ihnen. Die Verbände haben Professor Mohamed Khoujidi bekämpft, dass die Glaube hat. Ich lade Sie gleich noch auf den Tee ein. Ich hoffe, Sie machen da mit. Ich möchte auf jeden Fall, eins habe ich gelernt, wir brauchen viel mehr Zeit. Wir können gleich noch ein bisschen uns austauschen. Auf jeden Fall ist natürlich auf unseren Plattformen im Internet sehr viel los. Und die Essenz dessen jetzt von Sandra. Da wurde sehr, sehr viel diskutiert, kann ich zusammenfassend sagen. Aber es bleibt dabei, dass die Mehrheit unserer Zuschauer sagt, der Islam an sich, der ist nicht gefährlich. Lediglich eine falsche Interpretation sei gefährlich. Aber es haben sich auch einige gemeldet, die tatsächlich auch eine Angst äußern vor Terror hier in Deutschland. Jörg Wengoborski meint, ich habe das Gefühl, dass sich die Radikalisierung des Islam auch in Westeuropa verstärkt. So, wir müssen jetzt fix, fix machen. Also wir wissen, es gibt eine zunehmende Zahl von Deutschen, die sich bedroht fühlen durch den Islam. Jetzt bitte nur einen Satz, weil viel mehr Zeit haben wir nicht. Die Botschaft an die, die Angst haben vor dem Islam. Ein Satz von jedem. Wir fangen so an, gehen in der Runde. Wir fangen bei Frau Hübsch an. Ein Satz. Solidarisiert euch mit denen, die für den friedlichen Islam stehen. Es bringt gar nichts zu sagen, der Islam ist böse. Es bringt sehr viel, denjenigen den Rücken zu stärken, die für eine friedliche, für eine demokratiefreundliche Version stehen. Weil dann wird sie auch zur Mehrheit und dann bringt das auch was. Vielleicht können Sie es mit einem Satz. Genau, man sollte nie den Islam mit Islamismus gleichsetzen, weil das verstärkt genau die Gefahr. Wir müssen Radikalisierung bekämpfen, egal wo sie auftritt. Wir müssen das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch betrachten. Wir brauchen die Debatte gesamtgesellschaftlich, differenziert natürlich, aber wir brauchen die Debatte auch innerislamisch. Ich kann die Angst von diesen Menschen nicht wegnehmen. Das ist real und es könnte noch schlimmer sein, wenn wir diese Debatte nicht stellen, wenn wir keine Verantwortung annehmen. Ich stetisiere, dass man die Angst dieser Menschen immer als Islamophie bezeichnet, denn Phobie ist eine Krankheit. Und diese Menschen sind nicht krank. Sie haben berechtigte Ängste. Wenn sie das sehen, was nicht nur in der islamischen Welt passiert, sondern hier in Deutschland, was sie sehen, was in Großbritannien passiert. Und diesen Leuten, sage ich eigentlich, wachsam bleiben, engagiert bleiben, ihre Kritik äußern, auch wenn die Politik das manchmal versucht, unter den Teppich zu kehren. Herzlichen Dank für all Ihre Antworten. Herzlichen Dank für diese sehr, sehr angeregte Diskussion, die sicherlich gleich noch weitergehen wird. Frau Hübsch, Frau Keller, Herr Mansur und Herr Abdel-Samad, danke, dass Sie heute unsere Diskutanten werden. Und Herr Mansur steht gleich noch für Sie zur Verfügung im Chat. Dort wahrscheinlich auch noch sehr viele Fragen an Sie und dann auch entsprechende Antworten. Dankeschön. Ja, wir sind mit Login nächste Woche wieder da. Bis dahin alles auf login.zf.de. Bis dahin fordern wir mehr Sendezeit und sagen jetzt einen schönen guten Abend. Gruß aus Berlin. Tschüss. Auf Berlin. Tschüss. Tschüss. Warum das Volker Kauder sagt, Hassprediger müssen ausgewiesen werden. Frau Hübsch, wenn da jemand sagt, wenn ein Politiker sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, was denken Sie da? Ja, ich denke, das ist seine Meinung. Er kann das ja äußern. Und ich glaube, das, was von Christian Wulf in seiner kurzen Amtszeit übrig bleiben wird, ist eben, dass der Islam zu Deutschland gehört. Und so sehe ich das auch. Also das wird sich einfach zeigen. Ich hoffe, dass die Muslimen auch in der Lage sein werden, einen Islam vorzuleben, der als bereichernd empfunden wird, wo dann nicht immer die Probleme im Vordergrund stehen, sondern dass sie sich so weit auch in die Gesellschaft integrieren, in die Gesellschaft einbringen. Ich möchte was mit ihnen zu tun haben. Das Kopftuch ist eben nicht ein Symbol der Ausgrenzung. Sonst wäre ich heute nicht hier. Ich möchte zeigen, was ich faszinierend und schön am Islam finde. Und ich möchte ein gesellschaftliches Miteinander. Und ich hoffe, dass das akzeptiert wird und dass wir irgendwann ganz locker darüber reden können. Natürlich gehört der Islam zu Deutschland, so wie alle anderen Religionen auch. Klar. Gehört der Islam zu Deutschland? Wir reden heute Abend darüber auch. Natürlich, weil der IS diese Terrorgräueltaten verübt. Und vor diesem Hintergrund hat sich die Bundesregierung ja zu Waffenlieferungen entschieden. In diesem Zusammenhang, was aktuell ist, die Kanzlerin hat sich zu Wort gemeldet im Magazin Cicero. Und sie sagt, wir beteiligen uns auch mit Waffen wegen der Beteiligung deutscher IS-Kämpfer. Und begründet das also auch damit, dass Deutschland aktiv wird. Nur viel dazu. Wir wollen zurückkehren zu der Frage, gehört der Islam zu Deutschland? Und verträgt sich das? Verträgt sich diese muslimische Kultur mit den christlichen Traditionen? Darauf bezieht sich ja die Diskussion auch oft, Herr Mansur? In einer vielfältigen Gesellschaft gehört der Islam zu Deutschland. Die Muslime vor allem gehören zu Deutschland. Sie sind Teil dieser Gesellschaft. Ich bin aber dagegen, dass bestimmte Inhalte, die mit der Demokratie nicht vereinbart sind, Tabuisierung der Sexualität, Unterdruckung von anderen, Angstpädagogik, patriarchalische Strukturen, die gehören nicht zu Deutschland. Aber ein europäischer, moderner, liberaler Islam, der noch geschaffen werden muss, gehört zu diesem Land, genau wie die Menschen, die hier leben. Lassen Sie mich eine aktuelle Umfrage oder eine relativ aktuelle Studie des Wissenschaftszentrums Berlin zum Thema Fundamentalismus im Islam zitieren. Da sagen 47% der Muslime in Deutschland, religiöse Regeln seien ihnen wichtiger als weltliche Gesetze. Unterstreicht das nicht die These, Frau Hübsch, dass viele Muslime sich gar nicht anpassen wollen? Nein, ich glaube, es kommt darauf an. Die religiösen Regeln geben ja selber vor, dass man sich an die Gesetze des Landes zu halten hat. Vielleicht ist da eine emotionale Verbundenheit, die stärker da ist zu religiösen Regeln, weil sie ja sinnstiftend auch sind. Aber die Religion sagt ganz klar, man muss sich an die Gesetze des Landes halten. Das sagt der Koran unmissverständlich. Wo genau im Koran? Wo genau im Koran? Es heißt, es heißt, es ist gehorchen. Nein, nein, nein. Ich stelle es auf meine Webseite. Nein, nein, Sie sagen jetzt, das ist ein Trick. Das ist ein Trick, dann ist das schwierig, ja? Aber vielleicht noch ganz kurz. Sie sagen, Unterdrückung der Sexualität, das gehört nicht zu uns. Der sagt, die IS-Anhänger, die beziehen sich oft auf die Scharia und verwenden Auszüge aus dem Koran. Aber das Problem ist, dass sie die Auszüge falsch interpretieren und viele Aussagen im Koran kann man nicht auf die heutige Zeit übertragen. Also kritisieren Sie da vielleicht eine veraltete Version? Nein, also ich bin mit der zweiten Hälfte einverstanden. Man kann diese Texte nicht auf den heutigen Tag übertragen. Aber das tun nicht nur fundamentalistische Muslime, sondern die meisten Muslime übertragen den Koran als das direkte Wort Gottes. Und wenn man davon ausgeht, das ist das Wort Gottes, dann ist es zeitlos. Dann ist es für alle Zeiten gültig. Und hier liegt das Hauptproblem, dass man diesen Text nicht relativieren kann. Und Menschen, die sich liberal nennen, wie Frau Hübsch und andere, und Islamverbände, wehren sich gegen die Relativierung des Textes des Korans. Und ich sage, das Problem ist nicht nur das, was im Koran steht, sondern das Problem ist die Geisteshaltung der Muslime. Und ich sage alle Muslime gegenüber dem Koran, dass sie diese Göttlichkeit vielleicht nicht relativieren, aber wenn ich annehmen würde, die ISIS-Leute haben den Islam falsch interpretiert. Haben das auch die Boko Haram-Leute, die Shabab-Milizen in Somalien, die Jamaah-Islami in Indonesien, die Muslimbrüder und die Salafisten überall in der islamischen Welt, die Hamas, die Hezbollah, alle haben den Islam falsch verstanden und falsch interpretiert und nur ein paar grüne Politiker oder die Islamverbände meinen, das richtig verstanden zu haben. Warum sehen wir das nicht in der Realität? Überall, wo der politische Islam umgesetzt wird, gab es Katastrophen. Warum sehen wir das nicht? Lassen Sie uns einen Schritt weiter gehen. Und zwar haben sich hier auch einige Zuschauer wiederum gemeldet, die sagen, wenn es so ist, wie Frau Hübsch sagt, wenn der Islam eine friedliche Religion ist, dann erwarten sie aber auch, dass es jetzt passiert, dass Leute, dass Muslime auch auf die Straße gehen und sich distanzieren, ganz klar vom IS und den Gräueltaten, die da passieren. Johann Wilhelm zum Beispiel, die ISIS und andere Terrorgruppen vertreten nicht den Islam. Im Gegenteil, sie ziehen diese Religion in den Schmutz. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass sich die friedlichen und vernünftigen Muslime erheben. Sagt auch Rüka, mich stört es schon, dass ich sehr wenig Distanzierung der Moslems lese. Ist man vielleicht doch mit den Verbrechern einer Meinung? Frau Hübsch, warum ist das so, dass viele Muslime gerade gegen das Töten in Gaza auch auf die Straßen gegangen sind hier in Deutschland? Ich finde das eine gute Frage. Also zum einen ist es so, es haben sich alle Verbände, alle großen Organisationen haben sich ganz klar von der IS distanziert. Sogar die Al-Azhar-Universität in Kairo, OIC, alle muslimischen Verbände in Deutschland haben sich klar distanziert. Die Frage, warum gehen sie nicht auf die Straßen? Natürlich, sie könnten schon auch auf die Straßen gehen, aber ich glaube, der Grund ist, dass wir stärker aktiv werden. Wir müssen Aufklärungsarbeit leisten. Wir müssen auch hier in Deutschland sagen, es gibt verschiedene Lesarten und was ist die plausible, was ist die vernünftige Version? Und da muss, glaube ich, auch ganz viel passieren innerhalb der muslimischen Community. Nun sagen wir es das Jahr 2014, Frau Hübsch. Wieso klappt das eigentlich nicht? Wieso ist diese Interpretation der Schrift durch radikale Islamisten so lange schon so erfolgreich? Seit Jahrhunderten Bomben und Morden Islamisten im Namen Allah. Ist ja gar nicht so. Also ich glaube, wir müssen uns, wir dürfen jetzt diesen kurzen Zeitraum, der politische Islam, den es seit ungefähr 100 Jahren gibt, den dürfen wir doch nicht zurückproduzieren auf die gesamte islamische Geschichte. Wir hatten eine ganz lange Zeit des Friedens, der wirtschaftlichen Blütezeit, viele technologische Entwicklungen basieren auf die Leistungen der frühen Muslime. Das vergessen wir alles. Dann lassen Sie uns die letzten 100 Jahre nehmen, wie Sie sagen. Ja, die letzten 100 Jahre sind ein Problem in der Auseinandersetzung mit politischen Ideologien des Westens. Kolonialismus, Imperialismus, aber auch Nationalsozialismus, Kommunismus, das war alles eine Reaktion auch auf diese Entwicklung, dass sich ein politischer Islam entwickelt hat. Natürlich auch Minderwertigkeitskonklexe, weil die islamische Welt nicht mithalten konnte. Und ich will das aber nicht als Entschuldigung sehen. Die Muslime sind schon auch in der Pringschuld, zu sagen, wir dürfen trotzdem uns nicht radikalisieren lassen. Wir müssen innerislamische Aufklärungsarbeit leisten. Frau Hübsch, ganz kurz, lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen. Herr Abelsamer, was hat Ihnen nicht gefallen an den Sätzen, die Frau Hübsch gerade formuliert hat? Alles. Und wenn es Sie wirklich wütend macht, wenn Menschen den Islam so sehen, dann macht mich auch wütend, macht viele Menschen in diesem Land wütend. Ich glaube gar nicht, dass es eine Minderheit im Netz ist, die diese Position so sieht, sondern das ist über die Hälfte der Menschen in der Gesellschaft. Und Sie haben die Nase gestrichen von dieser Verniedlichung des Islam in jeder Gelegenheit, Verharmlosung und unter den Teppich kehren. Es ist, der Islamismus ist kein Phänomen der letzten 100 Jahre. Der Islamismus ist genauso alt wie die islamische Geschichte selbst. Die ISIS-Leute machen nichts anders als was Mohammed und seine Gefährten im ersten... Lassen Sie mich bitte ausreden. Sie haben fast eine Viertelstunde im Alleingang gesprochen. Jetzt rede ich bitte. Ja, ich kenne Ihre Taktik. Sie machen das in jeder Sendung immer unterbrechen. Lassen Sie mich bitte aus. Bleiben wir bei den Argumenten. Bei den Argumenten. Hat Mohammed seine Gegner enthauptet oder nicht? Steht das nicht in der Biografie des Propheten in Sahel Bukhari oder nicht? Ja oder nein? Sagen Sie... Ja, ich antworte Ihnen. Bukhari und eben Mishak. Sie sind für mich nicht der Koran. Wenn diese Überlieferung dem Koran widersprechen, haben Sie für mich keine Götigkeit. Die stehen im Widerspruch zum Geist des Korans. Deswegen nehme ich sie ab. Im Koran steht nicht im Surah 47 und wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann enthautet sie. Und wenn sie euch die Hand zum Frieden ausschrecken, dann musst du den Frieden Wir sind leider alle keine Religionsgelehrten. Das ist genau... Das ist genau... Das ist... Nein, nein, nein. Ich glaube, die Dame hat genug geredet und ich darf jetzt meine Argumente zu Ende führen. Die gesamte Islam... Der Islamismus ist genauso alt wie die islamische Geschichte selbst. Die ISIS-Leute machen nichts anders als was Mohammed und seine Gefährten im ersten... Lassen Sie mich bitte ausreden. Sie haben fast eine Viertelstunde im Alleingang gesprochen. Jetzt rede ich bitte. Ja? Ich kenne Ihre Taktik. Sie machen das in jeder Sendung immer unterbrechen. Okay, bleiben wir bei den Argumenten. Bei den Argumenten. Hat Mohammed seine Gegner enthauptet oder nicht? Steht das nicht in der Biografie des Propheten in Sahih al-Bukhari oder nicht? Ja oder nein? Sagen Sie... Ja, ich antworte Ihnen. Bukhari und eben Mishak. Sie sind für mich nicht der Koran. Wenn diese Überlieferungen dem Koran widersprechen, haben sie für mich keine Würdigkeit. Also im Koran steht... Nicht authentisch. Also im Koran... Die stehen im Widerspruch zum Geist des Korans. Deswegen nehme ich sie ab. Im Koran steht nicht im Surah 47 und wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, dann enthautet sie. Und wenn sie euch die Hand zum Frieden ausschrecken, dann musst du den Frieden annehmen. Ich glaube, die Dame hat genug geredet und ich darf jetzt meine Argumente zu Ende führen. Die gesamte islamische Eroberungsgeschichte. Wie kam der Islam überhaupt nach Irak und nach Syrien und nach Ägypten? Das waren genau solche Banden wie ISIS, die diese Länder überfallen haben. Wer hat zuerst diese Kopfsteuer, diese Sondersteuer für Christen erhoben? Wir gucken da gerade ganz viel auf die Vergangenheit. Wir haben mich unterbrochen. Warum unterbrechen Sie mich, wenn Sie Frau Hübsch überhaupt nicht unterbrochen haben? Sie hat genug geredet. Nein, ich entweder rede ich zu Ende oder ich verlasse diese Diskussion. Weil das wird seit Jahren hier geführt, dass Diskussionen unter den Teppich gekehrt. Nein, das hat wohl damit zu tun, hat mit der islamischen Eroberungsgeschichte zu tun. Damals wurden auch Christen in Syrien und Irak der Wahl gestellt, entweder konvertieren sie zum Islam oder bezahlen sie Kopfsteuer oder werden sie getötet. Und die ISIS-Leute haben das auch fortgeführt. Das ist aber die islamische Geschichte. Das steht im Koran. Es gibt 25 Verse im Koran, die direkt Tötungsbefehle von Gott auf Ungläubige stehen. Die Hauptdruck von Ungläubigen werden zweimal im Koran genannt. Und sie kommen hier und sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Kein Wunder, dass viele Menschen in diesem Land verunsichert sind. Nicht nur, weil die Terroristen solche Gräuptaten begangen, weil so vermeintlich liberale Muslime das unter den Teppich kehren und somit auch den Fundamentalisten den Rücken stärken. Das darf nicht passieren. Darf ich Ihnen eine Frage stellen von einem Gast bei uns in unserem Chat? Der sagt, die IS-Anhänger, die beziehen sich oft auf die Scharia und verwenden Auszüge aus dem Koran. Aber das Problem ist, dass sie die Auszüge falsch interpretieren und viele Aussagen im Koran kann man nicht auf die heutige Zeit übertragen. Also kritisieren Sie da vielleicht eine veraltete Version? Nein, also ich bin mit der zweiten Hälfte Einfischhänger von solchen Gruppen und nur ein paar Kämpfer in Syrien oder im Irak. Jetzt haben wir zwischen 300 und 400. Es werden auch mehr und damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass hier bald ein Anschlag stattfinden kann. Frau Hübsch, Sie dürfen auch noch antworten. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Ich hoffe, dass es den Muslimen gelingt, die Herzen der Menschen zu erobern und das nicht mit Gewalt. Das funktioniert nicht, sondern indem sie eben Argumente austauschen, indem sie auch bereichernd wirken und indem sie klar machen, dass es am friedlich sein kann und nichts mit Dschihad zu tun hat, dass es eigentlich nur der Kampf gegen das Ego ist. Perfekt. Auf den Punkt. Herzlichen Dank. Sie müssen noch kurz hierbleiben. Dann vielen Dank für diese intensiven und emotionalen Antworten. Ja, aufgeregt und gerne auch polemisch wird hier in Deutschland darüber diskutiert, wie man jetzt am besten Muslime integriert. Die einen sagen, ja, die sind doch total radikal, die wollen sich gar nicht integrieren und die anderen sagen, ach Muslime, das eröffnet unserer Gesellschaft doch völlig neue Sichtweisen. Und die Sache ist natürlich, wann gehört der Islam zu Deutschland? Erst wenn ein deutscher Stempel drauf ist und wir sagen Islam ohne Probleme gerne. Ein Satz mit Bart. Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Aber immer wieder aktuell. Deutschland ohne den Islam nicht denkbar. Jeder zweite Deutsche hält den Islam für eine Bedrohung, so eine Umfrage. Die kämpfen für etwas, was für mich also schizophren ist. Anschläge auf Moscheen häufen sich und werden neue geplant, protestieren die Nachbarn. Wie in Leipzig Ende 2013. Wir werden dagegen sein, gegen der Moschee. Denn wir sind das Volk. Und das Volk hat offenbar Angst. Auch vor Kopftüchern? Objektiv ist das Kopftuch, das islamische Kopftuch, das alles verdeckt, die Flagge des politisierten Islam. Der Dauerstreit um eine Kopfbedeckung. Dass man die Ängste, die Bürger, die das nicht verstehen können, warum eine Frau sich verschleit, dass man diese Ängste auch ernst nimmt. Mit oder ohne? Gehört vielleicht nur ein Islam ohne Kopftuch zu Deutschland? Das ist gut. Wir können darüber mit Frau Hübsch sprechen. Frau Hübsch, das Kopftuch gilt vielen als Symbol der Unterdrückung, Frauenfeindlichkeit. Jetzt taucht das Statement auch von Frau Schwarzer. Die geht ja da ein bisschen weiter. Sie sagt, das Kopftuch sei die Flagge des politisierten Islams. Warum löst das Kopftuch in Deutschland so viele negative Emotionen aus? Ich glaube, es symbolisiert sehr schön das Fremde. Die Burka ja noch mal krasser. Es ist einfach die Verkörperung des Fremden, was einem Angst macht, was man nicht kennt und was man dann erst mal ablehnt. Aber für mich ist das Kopftuch natürlich keine Flagge des politischen Islams. Ich distanziere mich ganz stark vom politischen Islam. Ich bin für eine klare Älteren. Wenn die Wurzel der Islam wäre, müssten ja irgendwie alle radikal werden, auch die Älteren. Warum die Jüngeren? Was heißt radikal für Sie? Das reicht nicht, wenn wir nur die Leute, die in Surien betrachten. Lassen Sie mich ausreden. Warum springen diese jungen Leute denn an auf Überlegenheitsgefühle? Warum wollen die sich überlegen fühlen, wo der im Koran steht, die Todsünde ist, eine der größten Sünden ist, sich selbst überlegen zu fühlen und hochmütig zu sein? Warum haben sie also dieses Bedürfnis? Das ist doch ein Minderwertigkeitskomplex. Und da muss man dran arbeiten. Das sind psychologische Motive, ja, die fühlen sich tatsächlich ausgegrenzt, ohne Perspektive. Das sind Ex-Kriminelle, oft die sich radikalisieren, Ex-Drogenabhängige oder die haben schwierige biografische Konstellationen. Es sind doch nicht alle Muslime. Und ich glaube, wir müssen das ganz leicht nicht sehen. Generalverdacht ist immer schlecht, ist immer schlecht. Die psychologische Aspekte, da gehe ich mit Ihnen auch. Aber das sind nicht nur die Diskriminierungserfahrungen, das ist nicht nur die Ir-Wir-Debatte, das ist auch die Erziehungsmethoden zu Hause. Das ist Gewalt zu Hause, das ist die Angstpädagogik. Wenn Sie mit mir über Angstpädagogik reden wollen, wenn Sie bereit, die Hülle abzuschaffen, dann haben wir die innerislamische Debatte angefangen. Aber kein Vertreter der politischen Islam ist bereit, diesen Schritt zu gehen. Aber ich bin bereit, die Hülle abzuschaffen. Frau Keller, noch mal ganz kurz zum Vorwurf an die Politik. Hat Rot-Grün so lange weggeschaut durch die Multikulti-Brille alles schön gesehen? Ich glaube nicht. Also es ist ja gut, dass Sie sich bei unserer Partei so gut auskennen. Aber ich meine, wer, wenn nicht die Grünen haben, dann genau den Dialog mit muslimischen Verbänden auch forciert und gesucht. Also ich glaube, wir bringen uns da sehr wohl ein. Aber wir wollen eben keine Symptom-Politik bauen. Wir wollen eben keine Politik machen, die halt guckt, wo ist der schwarze Peter hinzuschieben. Und genau das sehe ich leider auch bei meinen Kollegen und Kolleginnen von anderen Parteien, die halt ganz schnell sagen, ja die Muslime sind schuld und was nicht alles und der Islam. Ich glaube, da müssen wir viel differenzierter schauen. Und was Sie sagen, zum Beispiel Exklusivitätsgefühl, das ist natürlich was, was allen Religionen nun mal irgendwie ist. Wir reden aber nur über den Islam. Natürlich gibt es diese Probleme woanders, aber wieso müssen wir immer wieder über was anderes reden? Warum reden wir eigentlich nur über den Islam? Weil darum geht es heute. Warum reden wir nicht darüber, wie auch Religionen insgesamt oder andere Sachen... Das machen wir ein andermal. 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 Sandra, wir wollen jetzt hören, was sich im Netz tut. Sekunde, Frau Keller. Ich muss unseren Zuschauern hier mal Gehör verschaffen. Die wollen Lösungen sehen. Die wollen jetzt fragen, wie sollen wir dem Problem der Radikalisierung hier begegnen. Christian Truschheit meint, das ist ein Widerspruch im Ausland, die fanatischen Islamisten zu bekämpfen, den Salafisten vor der eigenen Haustüre jedoch alles zu gewähren. Und Ingo Gondro meint, die Fragen, die müssen lauten, weshalb können islamische Hassprediger hier ungehindert ihr schmutziges Handwerk betreiben? Muss man grenzenlose Toleranz Menschen gegenüber beweisen, die selbst keine Toleranz zulassen? Frau Keller, gehen wir mal auf die islamische Hassprediger ein, die Ingo Gondro hier nennt. Kommen die einfach an Moscheeverbänden vorbei? Können die da vorbei predigen, so wie er das sagt? Also Aufrufe zu Gewalt, die sind, was machen wir denn gegen diese Radikalisierung? Radikalisierung ist ja nicht nur ein Problem des Islam, es ist ein Problem vieler Religionen, wenn nicht aller Religionen, aber auch nicht nur ein religiös bedingtes Problem. Man kann sich über alles Mögliche radikalisieren. Wir müssen dahin gucken, warum passiert das, warum radikalisieren sich Leute, junge Leute, Männer, Frauen. Das ist ja das gesamte Spektrum. Da gibt es ja mittlerweile auch ein paar Studien, die halt darauf hinweisen, dass es halt viel darum geht, um Ausgrenzung eben. Und wie fühlt man sich wahrgenommen? Fühlt man sich gewertschätzt auch in einer Gesellschaft? Fühlt man sich angenommen? Hat man Wertschätzungserfahrungen auch? Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so gefährlich, wenn man Islam und Islamismus gleichsetzt. Weil dann erfährt man genau gleich diese Ausgrenzung. Da wird Islam zum Feindbild. Und damit wird dieses Feindbild gleich attraktiv für Menschen, sich dem anzuschließen. Weil wenn es dann heißt, man ist sowieso außen vor, weil man ist irgendwie Muslim und damit ist man irgendwie gleich schlimmste Kategorie und gleich Terrorist, dann kann man auch gleich mitmachen. Also da muss man ansetzen. Sicher haben Sie recht. Aber wenn Sie sagen, Ausgrenzung spielt da eine Rolle, es gibt viele junge Menschen, die sich auch ausgrenzt fühlen, die sozial ausgrenzt werden, die aber nicht gleich in den Heiligen Krieg ziehen. Das stimmt auf jeden Fall. Und wir sehen aber auch bei anderen Radikalisierungstheorien, also Rechtsextremismus zum Beispiel, dass es sehr viel um Ausgrenzung geht. Das heißt nicht, dass es sofort eine Entschuldigung ist, aber man muss halt die Wurzeln verstehen, um damit umgehen zu können und dagegen angehen zu können. Und natürlich gibt es auch gerade bei den Redelsführern sozusagen, da geht es nicht um Ausgrenzung, sondern die haben da ganz andere Interessen im Sinne, zum Beispiel Machtinteressen, wie Sie schon gesagt haben, ökonomische Interessen, ganz klar. Aber wir müssen eben gucken, wo kommt die Masse her, wo kommen die Truppen her, die Fußtruppen. Und da müssen wir genau gucken, wo kommt diese Radikalisierung her. Wenn wir die Wurzeln nicht verstehen und uns darüber Gedanken machen, dann können wir eben auch nur Symptome bekämpfen. Herr Mansu, erklären Sie uns dieses Phänomen nochmal. Sie sprechen tagtäglich mit Eltern, auch mit Betroffenen, die das erleben. Also was sind diese Wurzeln? Die Wurzeln sind natürlich Inhalte, wie gesagt, die auch in dem Mainstream-Islam vorhanden sind. Das ist Angstpädagogik, die Angst vor Himmel und Hölle, die auch sehr verbreitet unter Muslimen hier in Deutschland. Wir reden hier von Abwertung, von anderen Glaubigen, Aufwertung der eigenen Exklusivitätsanspruch. Wir gehen hier von anderen Inhalten, die eigentlich in den Mainstream vorhanden sind. Das sind die Wurzeln. Wir können nicht nur über Diskriminierung reden. Natürlich spielt das eine Rolle. Aber wenn Sie hier kommen und einfach die Muslime schützen wollen, dann gehe ich von positiven Rassismus. Ich will nicht beschützt werden. Ich will genauso wahrgenommen wie alle anderen. Ich will in der Lage auch Kritik auszuhalten. Und wir können Kritik aushalten. Aber solange wir beschützt werden von bestimmten Politiker, werden wir nicht in der Lage, solche Inhalte infrage zu stellen. Und das brauchen wir auch innerislamisch. Aber ich glaube nicht, dass wir viel Schutz sehen. Das Gegenteil ist leider der Fall. Als die ganzen Moscheen jetzt brannten die letzten Wochen, wir haben wirklich viele islamfeindliche Anriffe gesehen. Da gab es keine Solidarisierung. Wir haben, glaube ich, immer noch... ...ein anderen Eltern beraten, deren Kinder in die Radikalität abdriften. Was denken Sie, wie ist Ihr Eindruck? Wächst der Einfluss der Islamisten, der Salafisten auf die jungen Muslime in Deutschland? Ja, definitiv. Das sehen wir auch bei unserer Beratungsstelle, dass die Eltern einfach oft anrufen und dass Jugendliche oft auch betroffen sind. Das sehen wir auch den Zahlen der jungen Männer und Frauen, die in Syrien und Irak jetzt im Namen dieser Religion auch kämpfen. Nun ist der Herr Masiak, also der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime, gerade oft zu hören und zu sehen. Was sagt Sie zu seinem Statement, dass wir gerade bemüht haben, dass er nämlich sagt, also in deutschen Moscheen, da gibt es keine Sympathisanten für IS. Das halte ich für Blödsinn, Entschuldigung, weil das hilft auch uns nicht weiter, das Problem zu beseitigen. Ich will auch nicht Theologisches diskutieren, aber ich gehe von Inhalten, die die Salafisten, die radikalen Islamisten eigentlich ausnutzen, instrumentalisieren, vielleicht auch Oberspitzen, die auch in dem Mainstream-Islam vorhanden sind. Nur wenn wir diese Inhalte innerislamisch diskutieren, nur wenn wir jungen Männer Alternativen anzeigen, können wir Islamismus bekämpfen. Das hat auch Frau Hübsch so ein bisschen gesagt, dass sie den innerislamischen Dialog fordert, darüber können wir uns ja gleich nochmal austauschen. Frau Keller, auch Sie sagen, man muss auf jeden Fall differenzieren und nicht so holzschnittsartig so Urteile fällen, aber wie beurteilen Sie denn das, was zuletzt geschehen ist, dass beispielsweise hunderte radikale Islamisten aus Deutschland in den Heiligen Krieg ziehen. Es ist natürlich ein Problem, und wir müssen uns ganz klar auch überlegen, was machen wir denn gegen diese Radikalisierung. Radikalisierung ist ja nicht nur ein Problem des Islam, es ist ein Problem vieler Religionen, wenn nicht aller Religionen, aber auch nicht nur ein religiös bedingtes Problem. Man kann sich über alles Mögliche radikalisieren. Wir müssen dahin gucken, warum passiert es, warum radikalisieren sich Leute, junge Leute, Männer, Frauen. Das ist ja das gesamte Spektrum. Da gibt es ja mittlerweile auch ein paar Studien, die halt darauf hinweisen, dass es halt viel darum geht, um Ausgrenzung eben. Und wie fühlt man sich wahrgenommen? Fühlt man sich gewertschätzt auch in einer Gesellschaft? Fühlt man sich angenommen? Hat man Wertschätzungserfahrungen auch? Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so gefährlich, wenn man Islam und Islamismus gleichsetzt. Weil dann erfährt man genau gleich diese Ausgrenzung, da wird Islam zum Feindbild. Und damit wird dieses Feindbild gleich attraktiv für Menschen, sich dem anzuschließen. Weil wenn es dann heißt, man ist sowieso außen vor, weil man ist irgendwie Muslim und damit ist man irgendwie gleich schlimmste Kategorie und gleich Terrorist, dann kann man auch gleich mitmachen. Also da muss man ansetzen. Sicher haben Sie recht. Aber wenn Sie sagen, Ausgrenzung spielt da eine Rolle, es gibt viele junge Menschen, die sich auch ausgegrenzt fühlen, die sozial ausgegrenzt werden, die aber nicht gleich in den Heiligen Krieg ziehen. Das stimmt auf jeden Fall. Und wir sehen aber auch bei anderen Radikalisierungstheorien, also Rechtsextremismus zum Beispiel, dass es viel um Ausgrenzung geht. Das heißt nicht, dass es sofort eine Entschuldigung ist, aber man muss halt die Wurzeln verstehen, um damit umgehen zu können und dagegen angehen zu können. Und natürlich... Muslime in Deutschland wirklich Teil dieser Kultur sein oder sind das nur Lippenbekenntnisse, Frau Keller? Natürlich wollen Muslime ganz normaler Teil der Gesellschaft. Da ist die Frage, ob man sie lässt oder ob man nicht immer draufguckt und sagt, oh, du Muslim. Und das, glaube ich, ist noch eine andere Frage. Wir reden viel darüber, was Muslime machen sollen. Wir müssen aber auch darauf gucken, was die Gesellschaft macht. Und wie gesagt, momentan haben wir eine Debatte. Ist Islam gefährlich? Ist der Islam böse? Was macht das mit einem, wenn man sich selbst dieser Religion zugehörig fühlt? Und was Sie sagen, patriarchale Strukturen, all das ist ein Riesenproblem. Leider ist das gerade sehr massiv präsent in Deutschland. Wie gesagt, nicht alleine in muslimischen, für mich, weiß Gott nicht, in christlichen Familien, in atheistischen Familien. Das ist ein Gesamtproblem. Dagegen müssen wir vorgehen, alle zusammen, aber eben ohne auf dem Finger auf eine bestimmte Gruppe zu zeigen, sondern zu sagen, wir haben ein Problem mit Sexismus in dieser Gesellschaft. Wir haben... Aber da müssen Sie nicht nur auf die Religion gucken, da müssen Sie auch an die Börse gucken zum Beispiel. Aber die ritten kein einziger Frau. Die ritten kein einziger Frau, wenn Sie so verallgemeinern. Wir haben ein Problem mit Unterdruckung der Sexualität. Wir haben ein Problem, dass viele Mädchen aufwachsen in Familien, wo Sexualität ein Sündenhaft gesehen, eine Art von Sünde unterdruckt werden, ihre private Entscheidung nicht entscheiden können. Und dann kommen Sie und machen das so allgemein. Das trefft allen. Das rettet kein einziges Mädchen. Und das ist schade. Mir geht es aber darum, dass wir hier nicht mit dem Finger auf eine Gruppe zeigen. Und dann sagen wir, Generalverlade, Muslime sind alle so. Ich gehöre zu dieser Gruppe. Ich will, dass wir politische Landgesellschaft nicht angehen. Ich kann Kritik aufhalten. Ich kann Kritik aufhalten. Ich würde auch die Frage gerne aufhalten. Jetzt versteht keiner mehr was. So, Ahmed Shalom auf Facebook kritisiert hier, wir reden dauernd über Integration. Und vielleicht kann es ja aber sein, dass Muslime das hier eigentlich gar nicht möchten. Er meint Erdogan, der möchte, dass die Türken in Deutschland einen Staate im Staate, eine Parallelgesellschaft bilden und seine national-islamischen Interessen vertreten. Deshalb möchte er natürlich nicht, dass sie sich hier anpassen. Wie sehen das die meisten Muslime? Ich hoffe, dass sie es nicht so sehen. Ich sehe es auch definitiv nicht so. Ich bin für einen säkularen Staat, wo man pluralistisch zusammenlebt. Und das heißt auch im Koran, hätte Allah gewollt, dass alle eine Religion haben, dann hätte er dafür sorgen können. Aber er hat den Menschen den freien Willen gegeben. Also Pluralismus ist ja von Gott akzeptiert und gewollt. Und von daher bin ich absolut dafür, dass wir eine plurale Gesellschaft haben und einen Frieden zusammenleben. Ich brauche keinen Gottesstaat im Staat. Das ist absurd. Wie gefährlich ist das, Herr Abdel-Samad, solche Äußerungen von Erdogan für das Zusammenleben hier in Deutschland? Ich finde es sowohl von Erdogan als auch von Herrn Wolf gefährlich. Also wenn Herr Erdogan Muslime daran hindert, sich in dieser Gesellschaft zu integrieren und wenn Herr Wolf behauptet, der Islam sei ein Teil von Deutschland, ohne zu präzisieren, was für ein Islam. Wenn ich den Islam kritisiere, und das haben viele Muslime auch, haben mein Buch kritisiert und gesagt, welchen Islam meinen Sie überhaupt? Der Islam ist so vielfältig und so weiter und so fort. Aber wenn man den Islam positiv darstellen will, dann gibt es auf einmal diesen einen Islam. Wenn man Islamunterricht haben will, dann gibt es ihn, diesen einen Islam. Wenn man den Islam... Ich muss jetzt hören, was sich im Netz tut. Sekunde, Frau Keller. Ich muss unseren Zuschauern hier mal Gehör verschaffen. Die wollen Lösungen sehen. Die wollen jetzt fragen, wie sollen wir dem Problem der Radikalisierung hier begegnen? Christian Truschheit meint, das ist ein Widerspruch im Ausland, die fanatischen Islamisten zu bekämpfen, den Salafisten vor der eigenen Haustüre jedoch alles zu gewähren. Und Ingo Gondro meint, die Fragen, die müssen lauten, Weshalb können islamische Hassprediger hier ungehindert ihr schmutziges Handwerk betreiben, muss man grenzenlose Toleranz Menschen gegenüber beweisen, die selbst keine Toleranz zulassen. Frau Keller, gehen wir mal auf die islamische Hassprediger ein, die Ingo Gondro hier nennt. Kommen die einfach an Moscheeverbänden vorbei? Können die da vorbeipredigen, so wie er das sagt? Also Aufrufe zur Gewalt, die sind in keinem Kontext erlaubt, ebenso auch nicht in Moscheen noch sonst irgendwo, das ist ganz klar. Aber mir ist es auch sehr wichtig, dass wir halt die Kategorien des Rechtsstaats auch anwenden, dass wir nicht einfach unüberlegt neue Gesetze erlassen. Zum Beispiel gibt es in anderen Ländern Überlegungen, ob man die Staatsangehörigkeit Menschen abspricht, die in den Dschihad ziehen. Und da frage ich mich, was gewinnt man damit? Da gewinnt man gar nichts. Da gewinnt man staatenlose Terroristen mit. Aber das hilft niemandem. Sondern muss sich halt viel mehr damit beschäftigen. Einerseits mit der wirklich herangehen an die Wurzeln. Was ich schon meinte, das klingt irgendwie, das ist so ein bisschen softer. Das ist kein, wir machen jetzt Gesetz so und dann ist die Lösung damit geschaffen. Das ist längerfristiger. Da gehören so Projekte rein, wie Sie das machen. Was sehr lobenswert ist. Das ist alles Teil des Ganzen. Aber wir müssen uns, glaube ich, der Aufgabe stellen, wie wir eben die Gesellschaft so hinbekommen, dass es einerseits auffällt, dass auch wir in Familien reinbekommen, wo so autoritäres Denken vorherrscht. Das ist ja, weiß Gott, wie Sie ja auch gesagt haben, kein islamisches Problem. Sondern das ist ein Problem von autoritären Vorstellungen. Die haben wir ja auch in der gesamten Gesellschaft. Sie kennen sicherlich die Studien zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Schlimm, was sich da mal wieder auftaucht. Auch eben die Islamfeindlichkeit in der deutschen Gesellschaft. Da muss man ran, damit eben nicht alle Muslime denken, wir werden als Feind mit angesehen. Also machen wir da gleich mit. Viele Experten warnen, was passiert eigentlich, wenn man den Kampf gegen IS erst mal eindämmt und dann kommen die Dschihadisten enttäuscht hierher zurück. Herr Mansour, was würde dann passieren? Muss man dann Law and Order walten lassen oder muss man diese Menschen versuchen, wieder zu integrieren? Das ist dann zu spät. Das ist dann gesamtgesellschaftlich zu sehen, nicht zu holen, weil teilweise kommen sie entweder hoch traumatisiert und da brauchen sie Psychotherapie oder sie kommen zurück und da kann die Stadt eigentlich nichts mehr machen. Es kann auch sein, dass sie eine Ausbildung an eine Waffe bekommen haben, aber sie zu absolvieren und zu beobachten, ist fast unmöglich. Die Zahlen sind einfach zu groß, um das zu machen. Ich bin der Meinung, dass die Lösung eigentlich in einer islamischen Debatte ist. Natürlich gibt es diese Inhalte. Wenn wir diese Inhalte in Frage stellen, wenn wir anfangen über Angstpädagogik, über bestrafender Gott, nicht nur bestrafender Gott. Und das sagt unser nächster Gast in der Runde. Die Gleichsetzung von Islam und islamistischem Terror führt zur Abgrenzung der Muslime in Deutschland und setzt sie unter Generalverdacht. Wir diskutieren mit der migrationspolitischen Sprecherin der europäischen Grünen. Schönen guten Abend, Ska Keller. Und wir sagen guten Abend zu dem Psychologen Ahmad Mansour, auch Mitglied der Islamkonferenz. Schönen guten Abend. Herr Mansour, Sie engagieren sich in den verschiedensten Projekten. Eins davon heißt Hayat, wo Sie unter anderem Eltern beraten, deren Kinder in die Radikalität abdriften. Was denken Sie, wie ist Ihr Eindruck? Wächst der Einfluss der Islamisten, der Salafisten auf die jungen Muslime in Deutschland? Ja, definitiv. Das sehen wir auch bei unserer Beratungsstelle, dass die Eltern einfach oft anrufen und dass Jugendliche oft auch betroffen. Das sehen wir auch den Zahlen der jungen Männer und Frauen, die in Syrien und Irak jetzt im Namen dieser Religion auch kämpfen. Nun ist der Herr Masiak, also der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime, gerade oft zu hören und zu sehen. Was sagt Sie zu seinem Statement, das wir gerade bemüht haben, dass er nämlich sagt, also in deutschen Moscheen, da gibt es keine Sympathisanten für IS? Das halte ich für Blödsinn, Entschuldigung, weil das hilft auch uns nicht weiter, das Problem zu beseitigen. Ich will auch nicht Theologisches diskutieren, aber ich gehe von Inhalten, die die Salafisten, die radikalen Islamisten eigentlich ausnutzen, instrumentalisieren, vielleicht auch Oberspitzen, die auch in dem Mainstream-Islam vorhanden sind. Nur wenn wir diese Inhalte innerislamisch diskutieren, nur wenn wir jungen Männer Alternativen anzeigen, können wir Islamismus bekämpfen. Das hat auch Frau Hübsch schon ein bisschen gesagt, dass sie den innerislamischen Dialog fordert. Darüber können wir uns ja gleich nochmal austauschen. Frau Keller, auch Sie sagen, man muss auf jeden Fall differenzieren und nicht so holzschnittsartig so Urteile fällen. Aber wie beurteilen Sie denn das, was zuletzt geschehen ist, dass beispielsweise hunderte radikale Islamisten aus Deutschland in den Heiligen Krieg ziehen? Es ist natürlich ein Problem und wir müssen uns ganz klar auch überlegen, was machen wir denn gegen diese Radikalisierung? Radikalisierung ist ja nicht nur ein Problem des Islam, es ist ein Problem vieler Religionen, wenn nicht aller Religionen, aber auch nicht nur ein religiös bedingtes Problem. Man kann sich über alles Mögliche radikalisieren. Wir müssen dahin gucken, warum passiert das, warum radikalisieren sich Leute, junge Leute, Männer, Frauen. Das ist ja das gesamte Spektrum. Da gibt es ja mittlerweile auch ein paar Studien, die halt darauf hinweisen, dass es halt viel darum geht, um Ausgrenzung eben. Und wie fühlt man sich wahrgenommen? Fühlt man sich gewertschätzt? Auch in einer Gesellschaft fühlt man sich angenommen? Hat man Wertschätzungserfahrungen auch? Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so gefährlich, wenn man Islam und Islamismus gleichsetzt, weil dann erfährt... Herr Abdel-Samad, wunderschönen guten Abend. Erklären Sie uns, was hat der IS-Terror mit dem Islam zu tun? Das hat schon mit dem Islam etwas zu tun. Erstmal der Name, das heißt der Islamische Staat. Diese Bewegung beruft sich auf den Islam. Zitiert die Biografie des Propheten, der Art und Weise, wie der Prophet mit den Ungläubigen umgegangen war und sieht das alles Vorbild. Zitiert mehrere Passagen aus dem Koran, die Gewalt gegen Ungläubige rechtfertigen. Die Enthauptung von Ungläubigen wird auch zweimal im Koran erwähnt. Es ist die Ideologie, die der Traum, die IS-Leute versuchen, eine Gemeinde aufzubauen nach dem Vorbild der ersten Gemeinde des Propheten und kopiert eigentlich haargenau das, was im 7. Jahrhundert passiert ist. Eroberungskriege, Verteufelung von Andersgläubigen oder Ungläubigen und Enthauptung von Ungläubigen mit dem Ziel der Weltherrschaft. Würden Sie also sagen, der IS-Terror steht für die Gefahr, die vom Islam ausgeht? Er steht von dieser Gefahr, von dieser Auslegung des Islam. Der Islam hat mehrere Facetten. Wenn der Islam privat gelebt wird, ist er nicht gefährlich. Wenn der Islam sich in der Politik und in der Gesetzgebung einmischt, in der sozialen Ordnung, dann wird er gefährlich, denn der Islam ist nicht zeitgemäß und hat mit dem 21. Jahrhundert, wie ich finde, nichts zu tun. Gibt es einen Islam ohne Islamismus? Wir haben fast 57 islamische Staaten weltweit. Wir haben auch hunderte von anderen islamischen Gemeinschaften, die in Europa und Nordamerika und Australien leben. Und nirgendwo ist das Islamismus frei. Das heißt, der Islamismus ist ein Bestandteil des Islams und gibt es in jedem islamischen Land und ist eine starke Gruppe. Vielleicht ist es die Minderheit in der Gesellschaft, aber die lautstarkste Minderheit, die aktivste Minderheit in der Gesellschaft. Und somit ist die Mehrheit für mich irrelevant, weil sie zu wenig dagegen tut. So, ich kann schon mal kurz Rückmeldung geben hier aus dem Netz von unseren Zuschauern. Da gehen die meisten nicht ganz mit. Die meisten sagen, Moment mal, ganz vorsichtig sein. Der Islam, der hat nichts mit dem IS zu tun und der Islam ist als Religion auch keine Grundlage, dass einzelne Menschen zu Terroristen werden. Aber es gibt ja auch ein paar Leute, die geben Herrn Abdel Samad auch Recht. Stefan Glum zum Beispiel. Die Strukturen, die gehören nicht zu Deutschland. Aber ein europäischer, moderner, liberaler Islam, der noch geschaffen werden muss, gehört zu diesem Land, genau wie die Menschen, die hier leben. Lassen Sie mich eine aktuelle Umfrage, oder relativ aktuelle Studie des Wissenschaftszentrums Berlin zum Thema Fundamentalismus im Islam zitieren. Da sagen 47% der Muslime in Deutschland, religiöse Regeln seien ihnen wichtiger als weltliche Gesetze. Unterstreicht das nicht die These, Frau Hübsch, dass viele Muslime sich gar nicht anpassen wollen? Nein, ich glaube, es kommt darauf an. Also die religiösen Regeln geben ja selber vor, dass man sich an die Gesetze des Landes zu halten hat. Vielleicht ist da eine emotionale Verbundenheit, die stärker da ist zu religiösen Regeln, weil sie ja sinnstiftend auch sind. Aber die Religion sagt ganz klar, man muss sich an die Gesetze des Landes halten. Das sagt der Koran unmissverständlich. Wo genau im Koran? Wo genau im Koran? Es heißt, es ist... Oh, da sind wir jetzt... Nein, 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 nein. Das ist doch schade. Ich stelle es auf meine Webseite. Nein, nein, Sie sagen jetzt zum Wettbewerb. Das wollen wir nach der Sendung. Nein, nein, nein. Für uns ist das... Das ist ein Trick. Das ist ein Trick. Dann ist das schwierig, ja. Aber vielleicht noch ganz kurz. Sie sagen, Unterdrückung der Sexualität, das gehört nicht zu uns und so weiter und Unterdrückung der Frau. Ich weiß nicht, wie es damit mit der katholischen Religion aussieht. Wir reden hier über Muslime. Wir reden hier über Muslime. Das Christentum und das Juden gehört zu Deutschland. Das ist die Verantwortung abgeben. Es gibt ein Problem mit Unterdrückung im Namen der Religion von Sexualität. Sexualität wird als Tabu gesehen, im Grundgesetz steht, sexualer Freienscheidung. Und das haben Sie bis jetzt nicht erwähnt. Und wenn ich die Muslime in Deutschland wirklich Teil dieser Kultur sein oder sind das nur Lippenbekenntnisse, Frau Keller? Natürlich wollen Muslime ganz normaler Teil der Gesellschaft. Da ist die Frage, ob man sie lässt oder ob man nicht immer draufguckt und sagt, oh, du Muslim. Und das, glaube ich, ist noch eine andere Frage. Wir reden viel darüber, was Muslime machen sollen. Wir müssen aber auch drauf gucken, was die Gesellschaft macht. Und wie gesagt, momentan haben wir eine Debatte. Ist Islam gefährlich? Ist der Islam böse? Was macht das mit einem, wenn man sich selbst dieser Religion zugehörig fühlt? Und was Sie sagen, patriarchale Strukturen, all das ist ein Riesenproblem. Leider ist das gerade sehr massiv präsent in Deutschland. Wie gesagt, nicht alleine in muslimischen Familien, weiß Gott nicht. In christlichen Familien, in atheistischen Familien. Das ist ein Gesamtproblem. Dagegen müssen wir vorgehen, alle zusammen, aber eben ohne auf dem Finger auf eine bestimmte Gruppe zu zeigen, sondern zu sagen, wir haben ein Problem mit Sexismus in dieser Gesellschaft. Wir haben, aber da müssen Sie nicht nur auf die Religion gucken, da müssen Sie auch an die Börse gucken zum Beispiel. Aber die retten kein einziger Frau. Die retten kein einziger Frau, wenn Sie so verallgemeinern. Wir haben ein Problem mit Unterdruckung der Sexualität. Wir haben ein Problem, dass viele Mädchen aufwachsen in Familien, wo Sexualität ein Sündenhaft gesehen, eine Art von Sünde unterdruckt werden, ihre private Entscheidung nicht entscheiden können. Und dann kommen Sie und machen das so allgemein. Das trifft allen. Das rettet kein einziges Mädchen. Und das ist schade. Mir geht es aber darum, dass wir hier nicht mit dem Finger auf eine Gruppe zeigen und dann sagen wir, ich gehöre zu dieser Gruppe. Wir sind alle so. Ich gehöre zu dieser Gruppe. Darf ich auch dieser Frage antworten? Gesagt, die ISIS-Leute laufen unter der falschen Flagge. Dann frage ich mich, auf dieser Flagge steht der Name Mohammed. Richtig? Unter dieser Flagge werden echte Bomben geworfen, werden echte Menschen enthauptet, werden echte Christen und Jesiden aus ihren Dörfern vertrieben. Fühlen Sie sich nicht beleidigt in Ihren religiösen Gefühlen, dass Ihr Prophet, sein Name, auf dieser Flagge steht? Fühlen sich diese 1,5 Milliarden Muslime sich nicht beleidigt? Warum beleidigt Sie Kurt Vestagard, aber nicht derjenige, der in Wirklichkeit tötet im Namen des Propheten? Warum ist es keine Unglimpfung? Weil viele Muslime auch eben wissen, dass der Prophet selbst eine ähnliche Flagge getragen hat und ähnliche Taten getan hat. Er hat die Juden aus ihren Wohnstätten vertrieben, er hat die arabische Halbinsel Juden und Christen reingemacht und er hat den Islam mit dem Schwert durchgesetzt. Das wissen auch leider normale Muslime. Und wenn die Islamverbände in Deutschland für den Gaza-Krieg, was ja in Ordnung ist, so dermaßen mobilisiert haben, die Moscheeverbände, diese großen Zahlen auf der Straße, gegen das Töten in Gaza, das kann man verstehen. Aber haben diese Muslime keine Sympathie mit den anderen Muslimen, die auch von diesen ISIS-Leuten getötet wurden, warum geht man nicht auf der Straße? Wissen Sie warum? Weil für Muslime sehr oft nicht das Opfer entscheidend ist, sondern der Täter. Es kommt darauf an, wer das töten und wer das tut. Sind das die Amerikaner oder die Israelis, die historischen Feinde, dann ist man empört. Sind das Muslime, dann bleibt das in der Familie und man reagiert nicht. Und wissen Sie, was das heißt, Frau Hübsch? Das heißt Heuchelei. Wir wollen ganz kurz Frau Hübsch die Gelegenheit geben, nochmal, Sie haben lange ausgeholt, auch die Gelegenheit geben, darauf zu antworten. Ja, ich meine, das ist jetzt gerade so die islamistische Version gewesen. So denken wahrscheinlich auch bestimmte islamistische Figuren, ich denke nicht so, ich denke, es war schon absolut falsch, dass da, es war ein Mob, der damals auf die Straßen gegangen ist, als es um den Karikaturenstreit ging und ich fand dieses Verhalten, dieses Mobs, dass da Flaggen angebrannt worden sind, dass man sich da beleidigt, pikiert hat und so, das fand ich unislamisch. Das war eben nicht das Verhalten des Propheten. Als der Prophet beleidigt wurde, was hat er gemacht? Er wurde täglich von einer Frau bespuckt und hat eines Tages, als sie ihn nicht bespuckt hat, ist er hingegangen und hat sich nach ihrem Wohlergehen erkundigt und sie war krank. Und dann hat er sich um sie gekümmert. Das ist, was ich kenne vom Islam. Das stimmt überhaupt nicht. Moment mal, das ist aber eine sehr wichtige Überlegung. Ich bin Islamwissenschaftler, ich habe die Geschichte. Moment, jetzt lassen Sie mich mal ausreden. Also hören Sie mal, wenn die Muslime damals auf die Straße gegangen sind gegen den Karikaturenstreit, sie sind aufgewiegelt worden durch bestimmte islamistische Gelehrte, durch bestimmte Figuren, die für mich ganz, ganz fragwürdig sind, die ein politisches Interesse hatten auch. Man weiß, was die politischen Hintergründe hinter so einer Aufstachtung des Mobs sind. Das sind aber für mich nicht die Repräsentanten des Islams. Ich fand diese Demonstration damals falsch. Und ich finde es...